Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einem neuen Silvester-Special. Mittlerweile Tradition nach der etwas komisch anmutenden, wahrscheinlich Verschwörungs-Sex-Podcast-Folge aus letztem Jahr. Dieses Mal ist aber nur 50% der damaligen Besetzung da. Die anderen zwei, die ihr noch heute hören werdet, sind der liebe Flo. Hi Flo. Hallo. Und der liebe Victoria. Ich hab grad abonniert. Oh. Hallöchen. Und den lieben Karol, der letztes Mal ja dabei war, den müssten wir heute leider entschuldigen. Der hat anderes oder besseres zu tun. Das faule Stück. Der liebe Olli lässt sich auch entschuldigen. Der hat sicherlich wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel? Ja, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Also ich glaube, momentan haben viele Leute viel zu tun. Ist Olli der Weihnachtsmann? Viele Leute sind sehr, sehr müde, wie wir schon gehört haben. Ja. Was wird euch heute hier erwarten? Also wir werden so Stück für Stück, episodisch, ich sag gerade Flo's Lächeln, deswegen musste ich gerade schmunzeln. Meinst du mein Gähne, dass ich getarnt habe, mein Lächeln? Ja. Sorry. Wir werden heute Stück für Stück, Folge für Folge eben unsere alten Folgen durchgehen und so ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist in diesem Jahr. Und ja, mal schauen, wo es uns dann hintreibt. Einfach so ein bisschen, ja, eben diese Silvester-Folge wie letztes Jahr auch. Und ich sehe jetzt direkt am 3. Januar ist die Folge 110 erschienen, mit der wir starten werden. Das war eine Folge mit meinem Doktorvater. Ja, streitbare Person, aber definitiv interessante Folge. Die Geschichte der Kreuzzüge. Kreuzzüge, spannendes Thema, denke ich. Und kam mir auch, glaube ich, ganz gut an. Gab viele Kommentare. Da können wir gleich wieder hier auf YouTube verweisen. YouTube ist da, ja, etwas problematisch, was manche Kommentare angeht. Wieso? Da treffen sich halt die Schwurbler. Und Geschichtsrevisionisten und... Schwurbler. Erstkatholiken und was weiß ich. Schwurbler. Ja. Alles Kategorie Schwurbler. Oh Gott, ich sehe es schon. Wenn die Folge rauskommt, wir werden so Backlash bekommen. Naja, egal. Och ja. Ja, sind wir gewöhnt. Wir werden es überleben. Danach haben wir eine kleine Reihe starten können, die uns ja ein bisschen beschäftigt hat. Und im Grunde genommen viel gestartet hat, was wir heute noch machen. Also Schlaglicht auf die Geschichte Lothringens. Die erste Folge, sie kamen, sahen und siegten. Und diese Reihe war ja quasi entstanden dadurch, dass ich einen Lehrauftrag fürs Zell bekommen hatte. Das Zentrum für lebenslanges Lernen, was ja auch ein Partner von uns ist an der Universität des Saarlandes. Danke dafür. Und damals für eine Folge bist du ja schon dazugekommen. Zu dir kommen wir nachher noch. Und das war auch so ein bisschen dein Einstieg quasi dann damit in das, was du momentan ja viel machst. Und meinst du Vorlesung? Genau. Ja gut, da muss man ja dazu sagen, ich war ja schon quasi vom Zell angefragt worden während meiner mündlichen Prüfung damals zum Bachelor. Und habe dann das aber einfach nicht gemacht, weil ich dachte, in die Richtung will ich ja nicht und dann lasse ich es. Aber dann bist du mir ja wie eine Pestbeule auf den Nerven gegangen, bis ich mich breitschlagen habe lassen. Ja, genau. Also die Schlaglicht auf die Geschichte Lothring ist ja, glaube ich, von den Reihen, die wir haben, so relativ einmalig, weil so eine lange Zeitraum, also quasi von der Römerzeit bis in den Ersten Weltkrieg, so haben wir, glaube ich, keine Reihe ansonsten. Breiter Sichelschnitt durch die Geschichte einer Region haben wir so. Also ich arbeite ja nach und nach an der Geschichte zwei Brücken oder sowas. Stück für Stück kommt ja immer wieder was dazu. Aber nee, so hatten wir noch nicht. Gut, für das Saarland wäre das ja auch schnell erledigt, 100 Jahre alt, ein bisschen in der Erde gebuddelt, glorifizierten, gepressten Dreck gefunden. Hey. Ja, was ist Kohle, bitteschön? Ja, das Saarland an sich vielleicht, aber das Saargebiet und die Region hier hat ja durchaus eine genauso lange Geschichte wie auch Lothring und Zweibrücken und der ganze Rest. Du meinst also, das Herzogtum Zweibrücken hat dieselbe, also ähnlich lange Geschichte wie das Saarland, das erst 1990, naja, nee. Nee, ich rede von der Region. Du meinst wahrscheinlich Fürststum nach Saarbrücken und so, ja, ja, ja. Und dann irgendwann vor 100 Jahren hat es dann so gemacht und plötzlich war da halt so ein komisches Gebiet. Entschuldigung an all unsere Hörer, das hat gerade wir getan, mir auch. Nein, aber da habe ich tatsächlich... Meinst du jetzt das Geräusch oder dir oder die Story? Das Geräusch. Ja. Aber da habe ich tatsächlich ein paar Ideen schon auf meiner Ideenliste für Folgen für die kommenden Jahre. Aber ich hatte in der Schulzeit mal angefangen, in die Hexenverbrennung der Stadt Püttlingen ein bisschen zu recherchieren, weil ich auch von da komme. Und auch noch so ein paar andere Sachen aus der saarländischen Geschichte oder aus der Geschichte des Saargebietes. Das war mir jetzt das mit dem Spruch, dass das mit der Hexenverbrennung in Püttlingen offenbar nicht so gründlich war, wenn du von dort kommst. Aber okay. Ich meine, wenn wir hier unter uns drei sind, wir könnten ja auch einfach heute Olli und Karol rausschmeißen. Die wollten doch heute Streit, oder? Ich gebe mir Mühe, aber Viktoria geht nicht darauf ein. Karol hat gesagt, ich soll Beef mit ihr anfangen. Warum auch immer. Wie sind wir da das letzte Mal drauf gekommen? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du musst ein bisschen aufmachen, Flo. Du bist heute kratzig. Steckt dein Kabel unten wieder richtig? Warum? Wenn du heute etwas lauter bist, bist du sehr, sehr kratzig. Ich, äh, nö. Kabel steckt normal. Vielleicht, weil ich mich immer wieder, weil ich war auf der Arbeit und habe es wieder ein bisschen im Kreuz. Ich lehne mich automatisch immer wieder nach vorne. Wenn du dann sehr emotional bist und laut wirst, dann steigt das nach oben wieder an. Okay. Ich verbitte mir jetzt alle Emotionen. Ja, finde ich gut. Aber mit der 112. Folge kannst du dir keine Emotionen mehr verbieten, weil ich sage nur Horst Köhler. Alter, dieser scheiß Horst Köhler, ey. Echt, ey. Die Pissnäcke geht mir heute noch auf den Sack, dass mir der Drecksack nicht eingefallen ist. Ein Sparkassendirektor, der mir nicht einfällt. Also, äh, um das Ganze mal ein bisschen aufzuklären. Das war eine Wir fordern euch heraus Folge, nämlich Part 3. Das heißt, wir sind gegen einen Hörer, eine Hörerin angetreten. Äh, gegen JP war das. Der, äh, gegen den du ja dann, wenn ich mich recht entsinne, verdientermaßen, den Kürzeren gezogen hast, verdientermaßen, weil JP echt fit war. Ja, ja. Und ich scheiße. Ja. Ich finde den Untertitel der Folge so schön. Von Inzest Köhler und Trockenkohl. My perfect Sunday. Es fasst die Folge sehr schön zusammen, finde ich. Ja, echt so, echt so. Also, mir machten ja diese Quizfolgen sehr viel Spaß immer. Ja. Es wäre immer schön, wenn wir mal gewinnen würden gegen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen spielen wir jetzt gegen andere Geschichtspodcasts. Mal gucken, ob wir da mehr Erfolg haben. Verweist auf die goldene Schindel. Wir werden noch glorioser verkacken. Naja. Ich schiebe mir ein bisschen was zu. Ich mache das schon. Ich schiebe dir vorher die Fragen zu. Äh, äh, äh. Das müssen wir jetzt rausschneiden. Ähm, gut. Also, genau. Dann ging es weiter mit dem, mit der zweiten Folge über Notdringen. Und dann ein Klassiker. Wie sagtest du dem, dem lehrtst? Ilias, du machst alle Folgen mit Sex. Ja, Sex im Mittelalter, Part 1. Von Lust. Ja, ich bin der Militärbeauftragte. Du bist unser, äh, Opa-Papa. Tja. Die sollte ja auch mal bald noch fortgesetzt werden. Ja, unbedingt. Jetzt müssen wir bei Sex in der Renaissance ankommen, oder? Ja, nee, nee. Ich habe noch ein bisschen fürs Mittelalter. Ach so. Und vor allem Väter dieser Folge, definitiv ein weiblicher Blickwinkel. Tja. Weißt du, da hatte ich wochenlang gewartet für die Sex in der Antike. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich ärgere mich auch wirklich, aber an dem Tag ging es mir echt nicht gut. Ja. Das musste auch schwanger werden. Ja. Da kommen wir eh noch dazu. Wenn wir zu meiner ersten Folge mit euch kommen und kurz drauf, bin ich dann schwanger. Es ist so nicht geplant gewesen. Das ist ein Fallfest-Galileo-Mystery-Team. Einmal abwärts untersucht die Sache schon. Dann, äh, die dritte Lothrigen-Folge. An der Stelle können wir mal ganz kurz darauf eingehen. Historia Universal ist nicht nur intellektuell befruchtend. Autsch. Oh nein. Oh Gott. Ja. Lass uns schnell weitermachen. Ja. Dann kommt die dritte Lothrigen-Folge. Und was mir dann nochmal einfällt und auffällt gerade, dass wir zu dem Zeitpunkt begonnen haben, diese Lothrigen, diese Special-Folgen immer in den Mittwoch zu bringen. Ich bin mir gerade unsicht. 18.15.202. Ob wir davor schon viele Mittwoch-Folgen hatten? Nicht wirklich. Ich glaube nicht. Die 107, das mit der Bibelgeschichte, war halt Weihnachtsspecial, weil halt Heiligabend. 24. Dezember, genau. War das ein Mittwoch? Weiß ich nicht. Das war aber, also das war nicht extra auf Mittwoch, sondern das war auf extra Weihnachten. Wird es dieses Jahr ja auch wieder gegeben haben. Tun, werden, können, tun. Vielleicht, haben, treten. Zeit. Was ist Zeit? Relativ. Zeit ist relativ. Ich glaube, das war der Beginn der Mittwoch-Folgen dann. Ja. Da sind wir uns ja intern immer noch nicht so ganz einig, was wir davon halten. Vielleicht, wenn Leute da eine Meinung zu haben, lasst uns gern Feedback zukommen. Ist es zu viel, zwei Folgen pro Woche oder ist es noch manchmal aushaltbar? Ich glaube, wir hatten uns jetzt mal so eine Mittwoch-Folge für das neue Jahr, also pro Monat, so überlegt, dass das vielleicht möglich ist. Aber, Flo, sagen wir mal so, das Organ, das man zum Sex benutzt, das wäre der Inhalt deiner nächsten Folge. Was? Napoleons Privates. Also, wenn man Napoleons abgeschlagenes, vertrocknetes Ding benutzt. War man da schon? Welche Folge ist das nochmal gewesen? Die wie viel? Die 116, die 115 war wieder eine Lothringen-Folge. Ach ja, stimmt, ja, 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 genau. Ja, gut, es gibt da diese wunderbaren Bücher, dieses Napoleons Privates ist ja der Titel des englischen Buches, der englische Titel des Buches, das ich da für hinzugezogen habe. Es ist halt einfach fasziniert, was die Geschichte für merkwürdige Ausbüchse treibt. Wie zum Beispiel eben, dass man den Pimmel von Napoleon klaut. Diese Folge ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ist gewiss auch ein super Funfact, mit dem man jedes Date crashen kann. Nicht crashen, testen. Auf Komfortabilität testen. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht für viele Frauen eine Abwechslung ist, wenn der Gegenüber beim ersten Date mal nicht über das eigene Glied redet, sondern halt über das eines berühmten, einer berühmten historischen Figur. Ob das das Gespräch jetzt besser macht, das müsste ich ausprobieren. Dafür müsste ich eine größere Untersuchungsreihe machen, aber... Wie gesagt, wenn sie das nicht anspricht oder nicht interessant findet, dann hat man schon gleiche Ausschlussverfahren. So, nee, gut. Also wenn du ihr einen Dickpic von Napoleon schickst und sie schickt was Interessantes zurück, dann ist sie, dann musst du sie heiraten. Ja. Oder einweisen. Ich bin mir noch nicht sicher. Au. Was? Ja. Ich muss es noch runterregeln, das gibt's nicht diese Scheißtechnik, ey. Sie kann ja dann Brustbilder von, äh, aus dem 19... 19? Ja doch, 19 Jahrhundert zurückschicken. Da gab's die Phase, wo die Frauen ihre Brüste so präsentiert haben, dass Nippelblitzer eher an der Norm waren statt Ausnahmen. Ja, ich weiß, gute alte Zeit. Wobei, das haben wir ja heute auch wieder. Ja gut, damals sahen sie aber irgendwie trotzdem besser aus. Ja, das ist halt nicht so billig, ne? Wieso top, dass irgendwie zu kurz geraten... Na, egal. Naja. So, und was kam denn danach? Ah, danach ging's weiter mit Lothrohr dringen. Hm, zehntes Jahrhundert. Ja. Oh, dann, ich muss ja sagen, die 118 fand ich ja beeindruckend. Karols Folge zu Lillie Elbe. Mhm. Das war so eine Geschichte, auf die man, die hört man einfach nicht so oft. Ja, oft ist übertrieben, also war mir davor vollkommen unbekannt. Ja. Gehört, ja, aber so dediziert, damit beschäftigt noch nicht. Wie war das denn eigentlich, ich weiß es gar nicht, in Zusammenhang mit, dem Film, der kam doch, ne, der ist schon älter, The Danish Girl, oder? Ja, aber dadurch kam die Motivation von Karol, die Folge auch zu machen. Ja, weil ich hab auch den Film gesehen, dadurch überhaupt davon gehört, das gelernt und dann die Folge bei euch gesehen und dann auch gehört. Also ich hab schon vorher von ihr gehört mal, ich hab The Danish Girl nicht gesehen, aber ich bin eh kein so Fan von diesen Hollywood-Filmen, weil sie meistens irgendwie der Geschichte ja nicht so gerecht werden, aber naja, Filmfolge lässt grüßen. Äh, aber es war halt spannend, das Ganze mal nochmal so dediziert von Karol dargelegt zu bekommen. Hm, und das kann er ja. Ja, genau, vor allem der Sack sucht sich auch wirklich meistens so richtig kontrovers spannende Dinger aus, wo du hinterher denkst, ah, fuck, warum bin ich nicht drauf gekommen? Ja, aber gleichzeitig, da ist kein Militär drin, also. Ja, deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Ja. Aber man könnte glatt meinen, Karol macht das öfter mit Podcasts und so. Ja, meinst du? Halte ich für ein Gerücht. Ja. Der hat keine Konkurrenzprodukte. Ja, dann. Vielleicht stimm ich ja nicht. Dann haben wir noch eine weitere Lothringen-Folge über Jean O'Brien mit einer Expertin, mit Hannah Schäfer. Das war damals eine sehr interessante Erfahrung, war für mich, war ja Februar, als die Folge rauskam. Ich glaube, ich habe es irgendwann im Januar aufgenommen, im tiefsten Schnee nach Trier gegondelt, irgendwie da zur Uni. Die Uni in Trier ist ja ewig hässlich. Sorry an jeden, der da mal studiert hat oder studiert, aber ich meine. Die haben ein ganz cooles Jugendzentrum dort drin, wo man feiern kann. Das hat was. Also es mag sein, weil es halt noch Januar war, dass sie noch hässlicher war, als sie sowieso schon ist, aber heu. Dann noch mit Corona damals und so, war schon irgendwie interessant. Als ob Corona inzwischen kein Thema mehr wäre. Ja. Man hat sich noch mittlerweile dran gewöhnt. Hm. Ich weiß. Oh, wow. Ich sehe gerade, was als nächstes Jahr dann schon kam. Ja, da frage ich mich die ganze Zeit. Das kam am Valentinstag raus. Hatte das irgendeinen Bezug? Das war purer Zufall. Nein. Sagen wir es mal so, wenn tatsächlich jemand von unseren Zuhörern während seinem Date oder mit der Verabredung seiner Gelieb das als Hintergrund angemacht hat. Wovon sprechen wir denn? 120. Kleine Menschheitsgeschichte Part 3. Zentral Asien, China und Indien. Ja. Unser kleines Machwerk da. Äh, hä. Zwei Stunden. Ja. Geht ja noch. Dezent. Ja. Zwei Stunden. War ja voll mit hochwertigem Content gefüllt. Genau. Da war auch Japan da dabei, oder? Nee, das war die, die danach kam. Äh, 125 dann. Danach kam nämlich Lothring. Danach kam Stanislas Lechinski. Genau. Die Verwurschtung des, das war doch der Gastvertrag, den ich bei dir gehalten habe, gell? Genau. Ja, und den ich jetzt nochmal halten soll. Korrekt. Am 6. Januar, gell? Weiß ich doch nicht. Bin ich dein Kalender? Ja. Wofür bezahle ich dich nicht? Du bezahlst mich? Nee. Dann, mit der 122 haben wir ja ein Thema, das uns schon, auch schon mehrfach begleitet hat und weiter begleiten wird. Irgendwann mal wieder. Ja, mal Zeit haben, weil nicht, wenn es heißt, mal irgendwann jemand hat kein Thema, über was reden wir denn? Das wird so schnell, glaube ich, nicht mehr passieren. Nee. Aber wir haben wieder Videospiele. Ja. Und dieses Mal sogar mit Expertenbegleitung, weil Dr. Martin Jiggle war dabei. Yes. Das war auch sehr interessant, wie ich fand. Und da gab es ja auch einiges an Diskurs in der Folge. Oh Gott, um was ging es denn nochmal genau? Ich weiß schon gar nicht so richtig, was wir da diskutiert hatten. Was genau meinst du? Also es ging ja über viel. Ja, das war so reichhaltig. Ja, Nazi-Verbrechen, die Darstellung so. Also Heu, die Sache. Also Hearts of Iron. Ja. Das hatten wir die didaktischen Möglichkeiten von Videospielen. Ja. Und ich glaube, es ging auch in die Richtung Gender Studies auch noch, weil aus dieser Folge ist eigentlich eine andere Folge entstanden, zu der wir nachher noch kommen. Ja. Ich gucke mal gerade, wir haben ja Kapitelmarken an dieser Stelle, Werbung machen. Also wenn ihr nicht alles hören wollt oder unser Begrüßungsgelaber überspringen wollt und direkt zum nicht ganz so, wie soll ich sagen, dummlabrigen Teil kommen wollt, dann könnt ihr das auch über die Kapitelmarken machen. Natürlich nicht auf Spotify. Aber das dürfte jetzt mittlerweile im Feed schon bekannter sein, dass wir in die Shownotes unten auch den Beginn der eigentlichen Folge immer reinschreiben. Also wenn ihr eben das am Anfang nicht hören wollt, sondern direkt zur eigentlichen Folge gespringen wollt, die Outtakes überspringen wollt, die Begrüßung überspringen wollt und und und, dann findet ihr das jetzt unten in den Shownotes einfach einen Timestep, wo ihr hinspringen könnt dann. Ich habe es gerade geschafft, irgendwie den Fuß an meinem Mikro abzuschrauben. So mit meinem Bauch und der Bewegung, die ich da so gemacht habe. Dann muss ich es halt jetzt in der Hand halten. Ups. Jeder braucht ein Talent. Ich habe meinen Fuß so festgeschraubt, ich bekomme ihn nicht mehr ab. Das ist natürlich auch doof. Also mein Fuß ist fest gewachsen, ich weiß gar nicht, was ich... Achso, nee, vom Mikro, sorry. Was wir auch hatten, war zum Beispiel Battlefield 5. Ach Gott, ja, die alte Leier. Ja, Battlefield hat es ja jetzt wieder hinbekommen, sich abzuschießen. Ja gut, aber diesmal hat es ja andere Gründe auch. Ich meine, bei dem neuen Battlefield ist es ja jetzt nicht so, dass die vorhandene Geschichte genommen haben und wirklich, ja, beknackt waren. Inzwischen muss ich ja auch, ich habe ja damals noch das Spiel nur aus Trailern gekannt. Inzwischen habe ich mir ja mal Battlefield 5, als es mal im Angebot auf Origin war, für irgendwie 5 oder 6 Euro geschossen. Nee, nee, stopp, das war doch kostenlos sogar mal. Über Prime Gaming habe ich es, glaube ich, bekommen. Genau, darüber habe ich es bekommen. Also, und ich habe meine Meinung nicht geändert, ich habe sie sogar noch verschärft. Also, Darstellung von Geschichte in diesem Spiel ist wirklich, boah. Ja, also, ich glaube, da sollten wir nochmal eine neue Folge mit dem Thema machen. Weil inzwischen können wir ja auch über solche Monstrositäten wie Assassin's Odyssey, äh, nee, nicht Odyssey, äh, Valhalla, Assassin's Creed Valhalla reden. Ja, wobei ich sagen muss, Assassin's Creed Valhalla habe ich von vornherein nicht als historisch relevant wahrgenommen, weil mir war klar, dass die nicht auf die Geschichte der Wikinger quasi Wert legen, sondern dass sie vor allem auf den Trend Wert legen, den Vikings als Serie gestartet hat. Ja, ja, aber Assassin's Creed als Serie hat sich ja immer als, äh, historisch irgendwie präsentieren wollen und, naja. Eine Zeit lang jedenfalls wirklich mit, mit, mit Nachdruck und dann irgendwann, ja. Ja. War es ja eh nur noch, war es quasi nur noch das, das Framework für, äh, das, das immer wieder gleiche Ubisoft Spielprinzip. Ich habe ja schon Odyssey nicht mehr durchgespielt, weil es einfach zu Ubisoftisiert wurde, mit einer riesigen Welt, wurde nicht fertig, war es mit irgendwelchen langweiligen, repetitiven, zeitraubenden Tasks, die wenig, äh, Rewards brachten. Wo du das Gefühl hast, du spielst kein Spiel mehr, sondern du hast einen neuen Job angenommen. Die ganzen neuen habe ich noch nicht gespielt. Ich hänge irgendwie immer noch in Brotherhood, weil ich halt nicht so der große Zocker bin. Und wenn ich da mal Bock habe, dann spiele ich da mal weiter, aber, ja gut. Also ich muss sagen, aus meiner Wahrnehmung war das letzte richtig geile Assassin's Creed Black Flag. Black, das habe ich geliebt, das mit dem Piraten. Aber ich, ich sehe schon, äh, wir müssen vielleicht tatsächlich mal eine Blattestunde wieder über Videospiele machen, über Geschichtsvideospiele, ähm, da können wir dann. Und diesmal auch mit weiblicher Perspektive. Korrekt. Einer sehr unerfahrenden Perspektive, aber ja. Es ist ein Squid, kann ich auch nichts sagen. Ja, du hast ja noch Zeit zu zocken. Genau. Ja, äh. Ähm. Äh. Hausaufgabe, zocken. Ja, Mutterschaft, wozu ist die da? Gut, machen wir weiter. Okay, das heißt, du kommst vorbei zum Babysitten? Du musst noch einen Job. Nee. Ich habe schon genug Jobs. Gut, machen wir weiter. Ja, bitte schnell. Dann mit dem Fleischwolf von Werder, bei der Schlacht bei und von Werder, da wollte ich die Mäste. Da war ich gar nicht dabei. Ja, ich glaube, du warst, äh, blöderweise da ausgegefallen. Eine Schlachtenfolge, in der du nicht dabei warst. Ja, ja. Da war nur Karol und ich da. Ja. Warum war ich da nicht da? Ich weiß es nicht mehr. Februar 2021, was war da los? Wart ihr mal dann seid ihr da? Ja. Ja. Waren wir nicht sogar gemeinsam, Elias, damals mit der, mit der Uni? Nee, okay. Ich war mit der Professor Clemens da und du warst, glaube ich, über die Fallschaft da. Hat man schon mal die Fallschaffung da. Ja, ja. Es lohnt sich hundertprozentig da hinzufangen. Ja. Absolut. Habe ich nächstes Jahr auch noch mal vor. Hat sehr viel Eindruck hinterlassen. Möglicherweise auch mit Kamera. Mit Flow und Kamera. Packe ich Flow und Kamera ein. Dann tuckern wir weiter da rüber und versuchen das Ganze mal einzufangen. Können wir einen Vlog draus machen. Ja. Und was? Achso, ich dachte gerade, wir nehmen Flo mit und es wird ein Vlog draus. Was ist das? Nein, für so schlechte Wortwitze bist du verantwortlich, nicht ich. Ja. Okay, okay, okay. Ja, also Werden ist schon, das ist wieder mal so ein Grund, warum man sagen kann, dass unsere Großregion hier durchaus und auch gerade auch eben das Saarland als touristischer Anlaufpunkt gar nicht so schlecht ist, weil hier liegt einiges in relativ tagesreisiger Reichweite. Mhm. Das lohnt sich wirklich und Werden ist, das muss man mal gesehen haben, sowohl das Schlachtfeld als das, was man vom Schlachtfeld zu sehen bekommt, als auch die Festungen, als auch das, das Museum war ja, also als wir mit der Fachschaft da waren, war das Museum relativ neu noch. Das ist, ja, aber sehr gut ist Museum. Das ist richtig gut, ja. Eines der besten, eines der besten Museen, in denen ich bisher war. Das sagen wir aber auch in der Folge. Ja, also von der Aufmachung her, von der Bearbeitung her, von den Präsentationen her und natürlich dann oben das Gebeinhaus war halt schon, die Friedhöfe war beeindruckend, beeindruckend. Ja. Sagen wir es mal so, so ein Werdenausflug, ich würde ja empfehlen, man macht ihn im Frühling. Mhm. Da finde ich es nämlich noch am krassesten und am eindrucksvollsten, das habe ich aber auch, glaube ich, in der Folge gesagt, wenn du dann zum Beispiel... Kannst du nicht, du warst nicht dabei. Ach so, stimmt, nee, habe ich nicht, okay, ja, Alzheimer lässt grüßen. Aber schön, dass du dich erinnerst, das gesagt zu haben. Oh, Djinde, du bist im Glase, sprich mit deiner Reinheit. Nein, 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 da habe ich es nicht in der Folge gesagt, aber irgendwann habe ich es mal gesagt, dass ich es beeindruckend fand, in Verdun auf dem Bunker, äh, Quatsch, auf dem Bunker, auf der Festung, was du im Mond zu stehen. Und da hast du ja wirklich teilweise Krater, die vier, fünf Meter tief sind, wo du wirklich, du meinst eigentlich nicht, du stehst auf einer Festung, du meinst, du stehst in einem sehr merkwürdigen Hügelland. Und wir waren im Frühjahr dort, meine ich mich zu erinnern, mit der Fachschaft damals. Und das Gras war saftig grün, es war ein herrlicher Tag mit tollem Wetter. Und es haben irgendwie Glocken, so, 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 ähm, 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 gelbe Blumen, äh, äh, sagen wir es doch schnell, ähm, Meiglöckchen? Ne, ne, nicht Meiglöckchen, Meiglöckchen sind weiß. Ich bin kein, Osterglocken. Blumen hatte ich es noch. Ne, aber auf jeden Fall, ähm, Schlüsselblumen. Aber sie sind gelb. Schlüsselblumen waren es. Aber auf jeden Fall, du läufst da über dieses Schlachtfeld und das Wetter ist schön und ach, der Wind geht so ein bisschen und du hast dieses saftige grüne Gras unter dir und, und diese gelben Blumen und es ist fast schon idyllisch. Aber alles voll Zerstörung. Ja, und dann erzählt dir der Guide, dass du quasi da, wo du gerade stehst und denkst, ach, du bist in einer wunderschönen Naturlandschaft. Ja, dass du quasi gerade, ne, du, ne, du stehst gerade quasi vier Meter über einer Sektion dieser Festung, die seit 1919, äh, zugemauert ist, weil da irgendwie noch die Leichen von 250 deutschen Soldaten drinnen liegen, die nie beerdigt wurden und auf einmal holt dich diese Realität von eben vor 100 Jahren nochmal ein und du bist nochmal dir gewahr, dass du auf diesem Schlachtfeld bist. Das hat mich wirklich damals sehr berührt, diese, dieser Besuch in Werder war wirklich krass. Oh, Elias, das Dorf, das hat mich richtig mitgenommen. Du stehst in diesem wunderschönen Wald und es ist wirklich so ruhig und die Vögel zwitschern und du denkst dir, boah, das ist echt hübsch hier, ein bisschen hügelig und dann erzählt dir dann der Guide, ja, äh, hier war eigentlich ein Dorf und da die kleinen Schilder, die ihr seht, da waren die Häuser und, ja. Du stehst in einem Wald auf Waldwegen mit Straßennamen, als halt mal ein Dorf war. Ja. Danach ging es ein bisschen witziger weiter, dann kam nämlich das ewige Duell zwischen Ost und West, zwischen Gut und Böse, äh, wo Carol mit Miguel zusammen angetreten ist gegen mich und das heißt verloren, weil ich glaube, wir haben noch keines der Duelle gewonnen überhaupt. Äh, das ist so eine Tradition. Aber, aber, ich, ich, ich war ja auch für die Fragen mit zuständig, ich weiß, ich war ziemlich gemein. Ich habe dir gemeine Fragen gestellt und ich würde es jederzeit wieder tun. Ja, ich weiß. Also, schweigen wir über die Quizfolgen, außer dass sie immer noch Spaß machen, egal von welcher Seite, als Quiz sind der oder als Quizmaster. Unsere Egos können das ab. Nochmal, äh, hier, kurze Werbung für die Goldene Schindel 2022. Falls ihr euch noch nicht beworben habt und Lust habt, tut das. Wie oft machen wir die noch, diese Folge? Wie viele Quizfolgen kommen denn noch? Äh, nicht mehr so viele. Dann, äh, einer meiner Lieblingsfolgen, weil sie so herrlich dämlich ist. So? Balakla war. Kleine Menschheitsgeschichte 4? Ach, lass mal die, die die mal weg. Ich bin da schon... Okay, wir überspringen eine Menschheitsgeschichten-Folge und gehen weiter mit. Ja, da kam halt Japan, Südostasien und Äthiopien. Sollen wir die ganze Geschichte mal nachher erzählen? Nee, aber, aber ich erinnere mich noch, dass du, dass du, äh, mich irgendwann mal zwischendrin mir gesagt hast, du wärst dankbar, dass ich Japan übernommen hätte, weil die jetzt gegraut hätte, davon die ganzen Begriffe, die ganzen Namen auszusprechen. Genau. Willkommen zu einer neuen Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Heute, Ostasien. Elias vergewaltigt Ortsnamen. Das tue ich auch schon an anderen Orten. Ich frage mich ein bisschen, wo da Äthiopien reinpasst mit Japan und Südostasien, aber... Das war halt das, was übergeblieben ist. Ah, na dann. Der Untertitel könnte auch lauten, Japan, Südostasien und Äthiopien, der letzte Rest vom Schützenfest. Ja, also, das war halt irgendwie so geografische Einheiten, die relativ abgesondert behandelt werden konnten. Also, Japan immer schon irgendwie eine eigene Entwicklung, da muss man jetzt nicht die Geschichte von China oder Korea erklären, um Japan zu verstehen. Boah, das hilft. Ja, wenn man ins Detail geht, aber für das Große und Ganze bist du auch damals ohne die beiden zurechtgekommen. Südostasien ähnlich, wobei dann Indien ein bisschen fehlt, aber im Grunde genommen kann man das doch sehr ohne die anderen Länder erzählen. Und, ja, Äthiopien war einfach noch so ein Land, was wir doch so gut kennen durch Quellen. Du meinst du? Dass du aus Quellen gut kennst. Ja, ich durfte tatsächlich schon mal in einem Kurs altäthiopische Quellen, sagen wir mal, versuchen zu entschlüsseln. Bei wem das nur war. Ja, ich weiß auch nicht. Aber, ja, deswegen halt dann noch Äthiopien reingerutscht. Dann aber, Balaklava, The Thin Red Line oder auch eine Soap Opera im 19. Jahrhundert. Herrliches Beispiel von, also, ich glaube, wir sagen auch damals in der Folge so etwas, wenn es nicht so viele Menschenleben gekostet hätte, wäre es richtig herrlich, wie dämlich die sich angestellt haben. Ja. Also, wer wirklich mal militärisches Versagen sehen möchte, kann da reinlesen oder hören, in dem Fall ja eher. Das war das mit der, das war das mit dem Gedicht, gell? Genau. The Charge of the Light Brigade, ja. Run to the gun, he said, und so weiter, ja. Dann hatten wir einen Gastauftritt von Marie von Nizza, nämlich in der Blotterstunde 127, wo wir eine Ausgabe Wer bin ich gespielt haben. Das ist immer noch ein geiler Name, Marie von Nizza. Das klingt einfach so, es hat so eine Noblesse. Ja. Auch das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß leider nicht mal, wen wir damals alles hatten. Äh, ich glaube, hast du dich nicht irgendwie an einer meiner Figuren aufgehangen? Ja. Ich erinnere mich. War das nicht Rosa Luxemburg oder so? Rosa Luxemburg hatten wir, glaube ich, zweimal. Rosa Luxemburg hatten wir zweimal, ja. Ja. Deswegen, wir hatten das Problem, jeder sollte sich vor der Folge zwei oder drei Figuren ausdenken. Und wie es halt unweigerlich ist, wenn man ein paar Kahoten so eine Aufgabe stellt. Mindestens zwei davon kommen mit zwei oder drei gleichen Sachen um die Ecke, ist klar. Ich war noch super fair, hatte dir leichte Charaktere ausgesucht und du hattest irgendwie ein schweres für mich. Obwohl der, glaube ich, gar nicht so schwer war, ich nur dämlich war oder so. Das müssen wir nochmal machen, da will ich mal mitmachen. Gerne. Klar. Nächste Plauderstunde steht. Also die zwei nächsten, einmal Videospiele und eine Runde, wer bin ich? Ja. Dann, Majestät haben gelacht, wo es ja ein wunderbares Feedback auch gab damals. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Mit der Story, wo jemand aus der S-Bahn, glaube ich, in Berlin ausgestiegen ist. Ja, doch, doch, ja, genau. Oder U-Bahn, ich weiß das nicht mehr. Ja, aus der U-Bahn. Ja gut, ist halt, ich habe es damals schon in der Folge gesagt, dass ich es nicht verstehen kann, dass die Geschichte des Hauptmanns von Köpenick, die ich schon seit meiner Kindheit kenne und ich komme nicht aus Berlin, selbst bei Berlinern schon echt nicht mehr so präsent ist. Eine so grandiose Geschichte, super verfilmt in den 50ern, auch wenn da natürlich viele historische, ich sage mal, Zugeständnisse gemacht wurden. Aber für mich absoluter Kult. Und kaum jemand kannte es noch. Was, echt? Das liest man in der Schule. Nee, nicht mehr. Nee? Überhaupt nicht mehr, nee. Krass. Ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass die Rückmeldung eben von dieser Person aus Berlin war, dass diese Person eine Berlinerin, ein Berliner war, ist immer noch, hoffentlich. Soll ich vorlesen? Weil ich diese Geschichte nicht kannte. Ja, hast du sie. Ja, ja. Leute, ich höre gerade, die Folge Majestät haben gelacht. Wohne in Berlin und war gerade auf dem Weg zur Arbeit mit der S-Bahn. Beim Umsteigen am Bahnhof Gesundbrunnen war ich an den Punkt angekommen, an dem das erste Mal der Begriff Hauptmann von viel. Just in diesem Moment stellt sich genau hinter mir ein Soldat der Bundeswehr in Uniform. Ich drehe mich um und auf das Namensschild und auf das Uniform und muss einfach anfangen zu lachen. Ohne Scheiß. Da stand Vogt. Danke für dieses Erlebnis. Aber er schreibt nicht, dass er sich daran nicht erinnert. Ach so. Irgendwer hat mir im Umfeld dieser Folge die Rückmeldung gegeben, Berliner und hatte keine Ahnung davon. Krass. Weil allein am Titel wusste ich, ah, es geht um Hauptmann von Köpenick. Ich habe eigentlich zum Elias noch gesagt, wir müssten eigentlich den Titel noch posthum ändern, weil gerade auf YouTube finden zum Beispiel die Leute dann, glaube ich, die Folge nicht so gut, wenn da nicht Hauptmann von Köpenick drin steht. Weil Majestät haben gelacht ist halt, es ist ein Zitat aus dem Film mit dem grandiosen Rühmann, aber danach sucht halt nicht so jemand. Die suchen halt dann, wenn überhaupt, den Hauptmann von Köpenick. Aber haben wir das damals noch geändert? Ich weiß es gar nicht gerade aus dem Kopf. Ist bisher nicht geändert worden. Das müsste man echt noch machen. Also ist schade, über den gibt es ja auch so wenig, teilweise an richtigen Dokus oder sowas auf YouTube zum Beispiel zu finden. Dann zwischen Inquisitor und der Kirche, die Geschichte eines... Was ist mit dem Hund? Ja, genau, mit dem heiligen Saint-Guyfford. Wo, ja, ich die Geschichte eben eines Hundes nacherzählt habe, der heilig gesprochen worden ist. Die spinnen, die römisch-katholischen. Dann hatten wir eine Folge Kontenritter schwimmen, wo es um, ja, Schwimmen im Mittelalter ging. An verschiedener Quellen, wo es doch erstaunlich wenig dazu gibt eigentlich, dazu, ob Ritter schwimmen können oder ob Menschen damals schwimmen konnten. Also viel Spekulatius, viel aus Bildern auch irgendwie versucht zu interpretieren. Also gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Und dann sehe ich mit der 131 schon die siebte Folge der Schlachten der Weltgeschichte, nämlich die Schlacht von Manzikert. Wo wir, glaube ich, ja, oh Gott, das muss ich überlegen. Hilfe, Erinnerung. Da war ich gar nicht dabei. Oder? Die zweite. Nee, da war ich nicht dabei mit Anomundi. Nee. Das ist erschreckend, bei wie vielen Kriegs- und Schlachtgeschichten ich nicht dabei bin. Das ist eigentlich eine Sauerei. Ja. Muss da mal Revision einnehmen. Oh, und ich sehe, schon danach kommt unsere Monster-Folge. Ja. Ja, jedenfalls damals dann mit Anomundi und Tobi, mit dem wir demnächst vielleicht auch noch was aufnehmen werden. Mhm. Manzikert war ja auch so eine Schlacht, die immer wieder aufgetaucht ist, die ja für die Welt eigentlich irgendwie eine wichtige Rolle spielte. Also Dosenöffner, dass die Türkei die Türkei wurde. Und dann hat Florian angeteasert. Oh je. Die 132, drei Stunden 17. Die Frage nach dem Wert eines Lebens. Das ist halt schon echt lang. Ja, aber es ist halt der Soldat James Ryan und es ist ein kulturhistorisch relevanter Film. Sehr relevanter Film. Und wir haben uns in Szene für Szene angeschaut. Ja. Es ist ein Wunder, dass das Ding so kurz ist. Ja gut, ihr habt mich irgendwann ja gebremst. Ja. Ja klar, weil wir alle müde waren. Außer ich. Ich bin gerade warm gelaufen. Ja. Ich liebe es, über Filme zu ranten. Um mich da Details zu vergnusen. Aber es ist schon, der Titel war gut gewählt. Die Frage nach dem Wert eines Lebens. Weil das ist im Prinzip, das könnte auch der Soldat James Ryan, könnte das auch sein. Die Frage nach dem Wert eines Lebens. Deswegen haben wir den Titel ja damals gewählt. Weil das war unser Fazit, was dieser Film ist. Ja. Absolut. Ich will ja immer noch den russischen Film schauen über die Eroberung von Sibirien. Da spielt auch Poltava eine wichtige Rolle. Da spielt der Nordische Krieg eine wichtige Rolle. Und so weiter. Also... Ist das ein Film oder eine Serie? Weil ich habe nämlich auch nochmal gesehen, dass es... Ich hatte eine Empfehlung bekommen auf Amazon dafür. Weil ich halt... Wenn ich für Folgen oder für meine Vorlesungen recherchiere, gucke ich wirklich überall. Zum Beispiel dann auf Amazon halt auch nach Büchern. Aber Amazon merkt sich das. Und wenn du halt ein Buch gesucht hast und es gibt einen Film mit ähnlichem Titel, dann kommst du da mit. Das war irgend so was Russisches auch, wo dann Poltava eine Rolle gespielt hat. Das war es putzig. In der letzten Vorlesung, wo ich jetzt über Karl XII gesprochen habe, nämlich in einer Schlacht, die vielleicht noch als Folge hoffentlich kommen wird demnächst mal, hat er mich hinterher... Er wollte mir keine Frage stellen, sondern er wollte mich korrigieren. Und weil er dachte, dass im Russischen wird das ja nicht Poltava oder sowas aus, weil sowas ist dann Poltava. Ja. Gut. Passt. Ja, ich habe mich auch nochmal vergewissert, weil ich auch nicht wusste, wie man das genau ausspricht. Ja, und danach kommt... Und gar im Leviosa. Eine sehr unglückliche Folge. Nein, vielleicht auch eine glückliche Folge, weil es war der Beginn von etwas, was vielleicht schlecht gestartet, aber gut geendet ist. Ja, also für mich war es so ziemlich der schlechteste Einstieg, den ich hätte haben können. Aber... Schäme an mir. Ja, konntest du ja absolut nicht ahnen. Ja, es geht um die Folge Shellshock, Emotion de Guerre und Kriegszitterer. Die erste Folge, in der ich mit dabei war und dann aussteigen musste, weil es mich zu sehr getriggert hat. Ja, war auch kein einfaches Thema. Dann hatten wir uns ja das schon mal als Vorwegblick mit der 135 nochmal damit beschäftigt, als Flauterstunde. Ja. Und hatten auch dann, glaube ich, im Nachhinein eine Triggerwarnung vorne dran geschrieben, wo wir auch ein bisschen sogar nochmal ein paar Kommentare bekommen haben, wie der YouTube, glaube ich. Komisch oder gute? Komische Kommentare. Komisch. Ja. Also ich meine, valide, aber... Nee, nicht valide. Valide? Nee. Waren die definitiv nicht. Nee. Okay. Also es tut uns leid, wenn ihr auf YouTube Kommentare schreibt und wir die nicht direkt beantworten, aber auf YouTube kommt sehr viel komisches Zeug. Dann habe ich was anderes im Kopf. Es tut uns nicht leid, wenn ihr Kommentare schreibt, die Bullshit sind und wir sind dann löschen. Das sollte man auch noch. Ja, ja, aber es gibt ja auch gerade mal hier, Grüße gehen raus an Markus, der da sehr aktiv ist und ich gerne häufiger antworten würde, aber... Oh, was hat er denn, was hat er da geschrieben? Vielleicht können wir jetzt gerade antworten. Äh, auf die Folge nicht, aber so allgemein kommen viele Kommentare von ihm und wir lesen mit und freuen uns. Ja, es ist ja, diese Folge trifft ja nicht nur was, das historisch von Relevanz war, sondern das ist ja auch eine aktuelle Sache, weil in die Reihe Shellshock, Emotion de Guerre und Kriegsgezitter, Kreuzgezitter, genau, Kreuzritter. Nee, aber in diese Reihe könntest du ja auch PTSD einfach reinschreiben. Das ist im Prinzip fast genau das. Ja. Es ist hier quasi das, nur... Es ist das, ja, es ist das. Wurde es halt damals noch anders genannt. Genau. Im Prinzip, PTSD fasst das zusammen, wofür die anderen, ich meine, dieses Shellshock, Kriegszitter, Kriegszitterer ist ja was, das ein Symptom auch beinhaltet, dieses Zittern, das ja manche dann hatten. Shellshock ist dann schon mal nochmal eine andere Sache, das ist halt, Schock hat ja andere wieder Manifestationen und Emotion de Guerre ist ja auch nochmal sehr weit gefasst, da hast du halt diese Kriegsgefühle, wenn du so willst, oder Kriegsempfindungen, das... Ich denke, mit Emotion de Guerre triffst du das PTSD mit am besten. Ja, ja, doch, also... Gut, dann ist die Folge, die ich schon mal angedeutet habe bei der Folge mit Martin Trigger, weil Tabea hatte sich darauf bei uns gemeldet und hat dann in der Folge 134 eine Biografie vorgestellt, nämlich die von Else Kurzbarth. Und die Folge heißt Auf der Suche nach Else Kurzbarth, weil sie im Rahmen ihres Studiums den, oder genau auch den Stolperstein von Else Kurzbarth überarbeitet hat, bearbeitet hat und ja, das dann bei uns auch vorgestellt hat. Auch da kann ich mich an rege Diskussionen erinnern. Ich gucke mal gerade rein. Ich glaube, da war ich gar nicht bei, oder? Also, doch, du warst dabei. War ich bei Else Kurzbarth dabei? Ich war nicht dabei. Oh Gott, da bist du nicht hängen geblieben. Also, laut unserer Webseite warst du dabei. Ah, ja, ja, okay, ich erinnere mich, ja. Da hatten wir nämlich dann auch über die Recherche überhaupt, was Opfer des Nationalsozialismus betrifft. Da hatte ich, glaube ich, auch ein bisschen was von meiner Arbeit an den Landesentschädigungsamtsakten im Landesarchiv Saar gesprochen. Ja, okay, jetzt kommt es wieder. Und hoffentlich in Erinnerung hast du noch die 136, weil das war deine Folge über eine gewisse Frau und ich glaube, die ist auch Viktoria noch in Erinnerung. Ich muss mir gerade nochmal reinhören, aber ich glaube, als Outtack habe ich nur, nein. Doch, ja, das war flüssiges, rotes, flüssiges Blut. Viktoria, das war die Viktoria-Fleasing-Folge, also da warst du ganz begeistert, weil wir in Archäologie und Kuriositäten eingestiegen sind. Ich habe nochmal gerade reinhören können, du erzählst mir nur, rotes, flüssiges Blut und sie, wie bitte, so richtig. Ich war auch sehr begeistert von deiner Begeisterung damals, das war schon toll. Ja, die Lady von Dai, eine Geschichte, die ich schon vor über einem Jahrzehnt, eigentlich mehr als fast 15 Jahren oder so, das war mal eine Doku auf ZDF, über diese Mumie. Und seitdem hatte mich die fasziniert, ich hatte eigentlich nie was an Mumien. Ich kann zum Beispiel ägyptischer Geschichte wenig abgewinnen. Mumien sind zwar interessant, aber meh. Aber dass diese Feuchtmumien da in China halt, wie die gefunden wurden, was da dazugehörte und so weiter, das hat mich wirklich fasziniert. Deswegen wollte ich auch die Folge immer schon machen und habe mir da dann, also, also immer schon machen, als ich mich dann dem Podcast angeschlossen habe, hatte ich so ein paar Sachen im Kopf, die ich unbedingt mal machen wollte. Und die Lady von Dai war darunter, auf jeden Fall. Also das war schon, auf die Folge war ich, mit der Folge war ich auch sehr glücklich. Es war zwar wenig Material, was ich ja eigentlich zu präsentieren hatte, theoretisch, weil es erschreckend ist, dass die Lady von Dai hier im Westen seit ihrer Entdeckung, es gab so einen kurzen Hype, habe ich auch, glaube ich, in der Folge gesagt, es gab einen kurzen Hype, wo man hier im Westen auch gedacht hat, oh geil, toll. Also so eine Viktoria-Reaktion gezeigt hat. Nur leider Gottes, im Gegensatz zu Viktoria hat sich die Sache dann nicht gehalten und ist dann irgendwie wieder abgeflaut und deswegen weiß man ja heute kaum noch oder hört man selten noch von dieser Mumie. Und wenn überhaupt, dann meistens eben in solchen etwas so Kuriositäten-Kabinett-Anmutenden aneinander rein. Also ich habe es, vor einer Weile habe ich es nochmal gesehen, in so, das ZDF produziert ja so unsägliche für die jungen Kinder und die jungen hippen Kids organisierte Geschichtssendungen, wo dann irgendwie mit Dubstep und coolen Countdowns und so weiter gearbeitet wird. Und da war die Lady von Dai irgendwie als, ich weiß nicht, bei einer Mumien-Folge eben dann mal da drin erwähnt. Ja, ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben, diese Folge, auch aufgrund dieser interessanten Bilder, die man dann sich anschauen konnte. Weil das ist doch schon sehr abstrus, wenn man sich diese Frau anschaut, wie sie aussieht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ja mal wirklich gerne mal nach China fahren und mir ein paar Sachen angucken und wenn ich das könnte und wenn ich das Geld dafür hätte und die Zeit, würde ich auch mir gerne mal die Lady von Dai live anschauen. Weil das muss wirklich, auf den Bildern kommt wahrscheinlich das nicht so zum Tragen, wie es dann wirklich live aussieht. Das ist gleich bei den meisten Bildern so. Ja, aber weil du gerade sagst, in Erinnerung geblieben, die nächste Folge war es, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ja. Das ist eine der wenigen Perlen, die uns Olli gibt. Also nicht eine der wenigen Perlen, nicht, dass Olli uns nicht immer Perlen liefert, aber er gibt uns leider Gottes viel zu wenig von seinen Perlen eben preis. Das war nämlich das mit dem Partykeller und der dort gefundenen Grabstätte, dem Grabmonument. Da frage ich mich jetzt gerade, ist das ein Fehler oder haben wir einfach zwei Folgen hintereinander im Untertitel und das ewige Leben geschrieben? Nee. Also bei der Lady von Dai steht eine feuchte Mumie und das ewige Leben und dann 137 ein Partykeller und das ewige Leben. Ja, bei der Beginn einer Reihe, Sterben in der Geschichte, haben wir nur noch nicht publik gemacht oder so. Oh, könnten wir absolut machen, habe ich mal ein Seminar drüber gemacht, Tod in der Geschichte und so. Also, da gibt es ja etliches von mir. Interessant, auf jeden Fall. Hätte ich Thematik für. Also beides, sowohl die Thematik als auch, dass da beides mal um das ewige Leben steht. Ja. Dadurch, dass das ja aber nicht, also davor ein Partykeller und eine feuchte Mumie, ich glaube, das ist wirklich Zufall. Ja. Ja gut, aber wir hatten ja in beiden Folgen, waren wir ja auf diesen Punkt eben eingegangen, dass dieses Streben nach dem ewigen Leben nicht nur sich nett reimt, sondern halt wirklich, was war, was Menschen in der Vergangenheit und was unsere Vorfahren und Vorfahren massiv beeinflusst hat. Was deren Denken ja fast schon beherrscht hat. Ich meine, in meiner Folge haben wir ja gesehen, was für ein Aufwand in China betrieben wurde, um ewiges Leben zu erzielen. Ich hatte ja auch in der Folge nämlich zum Beispiel von den Jadepanzern geredet. Und da entgegen war es ja fast schon ein bisschen reduziert, wenn man so will, dass die Römer sich halt mit Grabmählern zumindest versucht haben zu verewigen. Nicht durch die Erhaltung ihrer tatsächlichen Körper. Aber das Streben oder das Ziel ist das Gleiche. Die Geschichte überdauern. Eine Spur hinterlassen. Eine Spur hinterlassen hat dann Viktoria auch mit der nächsten Folge. Ja, meine erste Folge. Das päpstliche Drama im 8. Jahrhundert. Über, ja, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, um was es da noch geht. Ja, über den Papst, der nur ein Jahr lang Papst war. Und durch Intrigen und Machtkämpfe, okay, eigentlich klingt das nicht nach irgendeinem besonderen Papst, aber, ja, sein Bruder hat ihn auf den Papstthron gesetzt, lange bevor es da noch so richtige feste Zeremonien gab. Und es ging dann halt auch um die Frage, welcher Teil denn da jetzt eigentlich das Sakrale war, wo die richtige heilige Rolle lag. Und warum das dann okay war, dass man diesen armen Papst ziemlich mies behandelt hat, als man ihn abgesetzt hat. Ich glaube, selbst für Päpste war das nochmal speziell. Ja. Danach hatten wir relativ aktuell von der Thematik her und damals auch nah vom Datum her. Schon wieder der Karol, ne? Der Karol, der Karol. Das Massaker von Tulsa. Das Massaker von Tulsa, ja. Ja. Etwas, das zu der Zeit sehr aktuell war, weil da gerade die Black Lives Matter Bewegung voll im Gange war. Und insofern auch aktuell, weil im Zuge dieser Black Lives Matter Debatte in den USA überhaupt nochmal diese Geschichte dieses Massakers aufgelebt ist. Oder hochgebracht wurde. Und es faszinierend eben war, dass ganz viele Amerikanerinnen und Amerikaner, viele Schwarze eben auch, feststellen mussten, sie hatten gar keine Ahnung davon, weil es null Rolle in der amerikanischen Geschichtsbildung in der Schule spielt. Selbst in Tulsa selber. Das wurde schön unter den Teppich gekehrt. Genau, genau, genau. Und das waren ja wirklich krasse Tage, die sich dort abgespielt haben. Aber über mehrere Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Wo sich das entwickelt hat. Und wo ja wirklich Szenen, wie man sie sich nicht vorstellen würde in einem westlichen zivilisierten Land, mitten im 20. Jahrhundert. Also, wie gesagt, wieder so eine Folge, wo ich mir dachte, ach Karol, du Sack, cleverer Hund, du. Wir können nicht alle Folgen machen. Karol holt sich dann immer die Bonbons raus. Absolut. Auch natürlich ein hochkontroverses Thema. Da hat er ja auch so ein Gespürchen dafür. Immer so ein bisschen an der Grenze zu den Themen, die halt im Moment so ein bisschen auch die Gesellschaft reizen und spalten. Seine Folgen haben verhältnismäßig viele YouTube-Kommentare. Verhältnismäßig viele, die wir löschen müssen. Ja, warum wohl? Tja. Wenig YouTube-Kommentare, die wir löschen müssen, hat dann die Folge 140. Die Geschichte von Sonjata und seinen Nachfolgern. Geschichte Westafrikas Part 2. Teil 1 von Part 2 eigentlich. Und die wohl reichsten Könige der Weltgeschichte. Weil Mansa Musa und seine Nachfolger. Ich kann es schon so mal so viel sagen. Der Niedergang des Königreichs Mali steht eigentlich, ist eigentlich schon fertig. Ich muss ihn nur noch aufnehmen mit euch. Aber dazu muss ich mal drankommen. Und dann wird es auch diesen Teil wieder geben. Naja, denk dran. Der Januar ist schon ganz gut ausgebucht. Ich habe theoretisch noch eine Reihe an Schlaggenab zu arbeiten. Ja, stell dich hinten an. Wir müssen abwechselnd machen mindestens. Also wahrscheinlich... Ich will das hinter mir haben. Jetzt verstehst du, warum ich die Mittwochfolgen eingeführt habe, oder? Ja, ja. Ich weiß schon. Ich weiß. Mir ist völlig klar, warum es die Mittwochsfolgen gibt. Ja, so viel. Die Geschichte hat so viel Geschichte. Wie man erzählen kann. Ja. Ich musste dem Letz so lachen innerlich. Ich war für den anderen Podcast, den ich auch noch habe, bei einem Gespräch. Und die hatten sich vorher über mich informiert und meinten dann, na, ein Geschichtspodcast und so. Schon über 180 Folgen. Wie kann man denn so viel über Geschichte erzählen? Tja. Es war nur der Beginn. Sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Frage, das waren keine Geschichtsdozenten, oder? Nein. Okay, das erklärt's. Was haben die für ein Fach gehabt? Sport. Das erklärt's, ja. Entschuldigung. Wie, Geschichte? Das ist mehr als einfach nur... Zweiter Weltkrieg. Es war alles scheiße. Und Zweiter Weltkrieg. Und wir sind jetzt so viel besser. Ich wüsste gerne, wie die reagieren würden, wenn ich käme und würde irgendeine beliebige Sportart kleinreden wollen. Weil wie Fußball ist auch nur elf Typen, die sich versuchen, die Schienenbeine durchzutreten, bis ein Ball im Netz landet. Sie wollten das nicht kleinreden. Sie waren nur überreicht, wie viel es doch gibt. Also du müsstest dann eher überreicht sein, wie vielfältig Fußball ist. Wie, Fußball ist mehr als nur 22 Typen, die sich gegenseitig versuchen, die Schienenbeine durchzutreten und Bälle in Netze zu donnern? Oh, meine Güte. Genau. Ja, haben wir... Kontrovers, aber nein, ist es nicht. Ja, gut, es gibt auch Damenfußballer, machen das Frauen halt. Und die sind härter im Leben. Okay, komm. Wir gehen weiter. Am 9. Juni habe ich dann wieder eine Reihe starten können. Die LD-Reihe. Die LD-Elias labert über Dinge, die keinen interessieren, Reihe. Und manchmal muss ich es Floh mit antun. Genau. Gestartet mit der Biografie von Jalal ad-Din al-Akhawi. Ja. Einem Reisenden auf der Suche nach Wissen. Aber ja, wir kommen dann noch zu ein paar LD-Folgen. Und es wird auch noch ein paar geben. Eine ist schon aufgezeichnet zum Beispiel. Gut. Ich sehe gerade die nächste, weil ich wieder... Ich nehme an, also Schlachten der Weltgeschichte Part 8, das hört sich nach dir an. Ja, stopp. Ich habe ja nicht die Schlachten der Weltgeschichte Reihe angefangen. Ich mache da ja nur jede Menge mit. Ist die Frage, haben wir die angefangen, bevor du dabei warst? Ja, die Folge 7 zum Beispiel hatte nicht ich gemacht. Nein, 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 nein. Angefangen, bevor du da warst. Ich glaube schon. Ich gucke nach. Aber Arjan Kour warst auf jeden Fall du. Ja, Arjan Kour war ich. Das war die erste Vorlesung unserer gemeinsamen Vorlesung. Genau. Und wir haben weit vorher angefangen. Ja, sag ich ja. Ich bin da ja nur reingerutscht. Und hast dein Zuhause gefunden. Und werde diese Serie noch ein ganzes Stück polstern. Also da werden wir bald zweistellig sein, auf jeden Fall. Wir sind schon zweistellig. Na ja, gib mir mal ein bisschen Zeit, da mache ich es dreistellig. Wir treffen uns in drei Jahren wieder und reden drüber. Oder in 30, mal gucken. Ja, na ja, gut. St. Crispin's Day, Arjan Kour, eine der für die englische und französische Geschichte relevantesten und interessantesten Schlachten oder eines der interessantesten Ereignisse insgesamt. Der große Mythos der Langbögen. Den war ja da ein bisschen, den ich versuche da ein bisschen da anzuschneiden. Hatten wir da, ich muss mal gerade gucken, hatten wir bei der Folge tatsächlich auch alles verlinkt mit Todts Workshop? Hatten wir zumindest vor. Weißt du, was wir drüber geblendet hatten, ist zu verlinken. Ah ja, da ist es drin. Ja, 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 da ist es genau. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, weiß ich nicht. Ja, brav, brav. Und danach kam dann my turn in der Reihe der verlorenen Podcasts. Naja, sagen wir mal so, du bist die Erste von uns, die nicht Letzte wurde. Ja gut, aber auch nur, weil ich die Erste war, die nicht in einem Duell, sondern in einem Dreier-Duell angetreten ist. Aber, hey, also, wir sind nicht Letzte geworden. Ja. Da war auch wieder Tabea dabei, die sich den ersten Platz gesichert hat in dem Quiz damals. Und ja, ich glaube, das dürfte dann fast das letzte Quiz gewesen sein. Der fünfte. Nee, wir hatten noch einen. Noch einen? Noch eins? Ja, wo Karol und ich beide, oder? Oh, ja, ja, doch, doch, doch. Das Faito 4-Way-Mail. Und hat 51. Ja. Wer war denn da noch mal dabei? Äh, äh, Elias, Karol, Viktoria und ihr drei. Hä? Äh, nee, es waren vier Leute. Ja, ich sehe schon eine Menge technische Probleme. Ah, das war das, wo ich technische Probleme hatte. Ja, genau. Ja, genau. Da war ich bei meinen Eltern und es hatte mit dem Mikrofon überhaupt nicht geklappt. Ja, 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 ja. Ach, das war das, wo ich hätte moderieren sollen und mich so gefreut hatte. Und dann so den Hass hatte, weil die Technik uns den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Naja. Nahlrunde, die es dann gibt. Erstmal waren wir ja mit dir noch in den Ost-Rusten. Ich muss mich jetzt hier aber keine Rückschlüsse auf mein Privatleben zu ziehen. Ja, Robby-Chan. Ich kann es nicht aussprechen. Wie erlaubt dich, ja? Ja, ja, ich habe gerade was überlegt. Das dauert halt immer ein bisschen länger. Ja, ja, mein Kopf ist nicht mehr so schnell. Das jüdische, der, das autonome jüdische Oblast. Nicht zu verwechseln mit autonomen jüdischen Oblaten. Das ist was zum Backen. Äh, ich habe, ich versuche mich gerade nochmal daran zu, ja, einfach ignorieren. Ja. Nein, nein, ich tue, ich tue Viktoria gerne mental weh. Ich weiß. Ich überlege, wo ich darauf gestoßen bin, aber ich weiß nicht mehr. Mit der Robby-Chan. Ja. Historia Demenzialis. Ja, ja, ja. Schlägt mal wieder zu. Fand ich auf jeden Fall super. Schreibung geschrieben, nee, ne? Super interessant, nee. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr dran. Nee. Dann haben wir nochmal, das ignorieren wir einfach, gehen wir weiter. Ähm, die 145, Alexandria und der Bischof Athanasius mit Lukas Matthieu. Nochmal was, also wir haben, glaube ich, ich meine, im Vergleich zu anderen Geschichtspodcasts sind wir nicht in der neueren Neuzeit abgetrifftet. Also, wenn ich hier Geschichten aus der Geschichte mir anschaue, die beginnen ja wirklich erst eigentlich ab dem 18. Jahrhundert und das Mittelalter ist bei denen eher was Exotisches und auf anderen Podcasts sind sie ja meist eher so 18., 19., 20. Jahrhundert unterwegs. Nee, wir mischen das ja schon ziemlich bunt durch. Wir mischen das ganz gut durch, denke ich. Aber die Antike ist bei uns schon, ich glaube, die Epoche, die am unterrepräsentiertesten ist. Eigentlich wollte sich ja der Olli daraus so ein bisschen spezialisieren. Aber jedenfalls wollte ich ihnen den schwarzen Peter dazu zuschieben, weil die Antike nicht unbedingt mein Feld ist. Ich habe gerade eine Folge geschnitten, wo du sagst, dass die Antike auch voll interessant ist für dich. Jetzt einige dich. Ja, okay, ich präzisiere das. Ich mag Teile der Antike, aber allgemein ist sie jetzt nicht so interessant für mich. Ich interessiere mich vor allem für Rom. Ist schon blöd, wenn ich die Folge schneide, die du da sagst, oder? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, gut, aber dass ich mich ja nicht mehr... Was schält mich mein Geschwätz von gestern? Hallo? Jedenfalls, da haben wir eine wirklich gute Folge über die Antike, weil die Stadt Alexandria und Athanasius einfach wichtige Persönlichkeiten für die später Antike waren. Eine der erstaunlich kürzesten Folgen, die wir haben, ne? Ja, 35. Mit 35 Minuten haben wir irgendwas, was noch kürzer ist. Ja. Jetzt hauen wir mal, ich jetzt schluck auf. Ja, Lehrmeister Yoda im Chat sagt auch, dass wir mehr über die Antike machen sollen. Viktoria? Ja, ich habe ein paar Themen. Wir haben es Archäologin eingekauft, gell? Ich habe ein paar Themen auf der Liste. Ich bin zwar auch viel vor der Antike noch unterwegs, aber ich habe ein paar antike Themen auf der Liste durchaus. Aber ich habe ganz kurz technische Probleme. Ich höre ich nur auf einem Ohr, also bin ich gerade kurz nicht unterhaltungsbereit. Auf einem Ohr, interessant. Jedenfalls, Kafanteto, wenn du gerade bei den sechs Stunden bist, ich hatte die anderen ja schon letzte Aufnahme etwas kurz geschockt, sage ich mal, mit meinem sechs Stunden Stream, den ich aber alleine machen werde, außer die anderen mögen sich das antun. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es wird eine Überarbeitung der Mongolenfolge geben. Ich hatte ja mal, ewig ist es her, so eine kurze Übersicht gegeben über Genghis Khan und seine Nachfolger. Jetzt wird geplant sein, das Ganze, ich muss lachen, weil ich Flo sehe, das Ganze zu überarbeiten. Also eben die Geschichte von Genghis Khan, den vier Großkanen und dann so ein bisschen Ilkane und Goldene Horde. Das Ganze wird wahrscheinlich auch so um die sechs, sieben Stunden dauern. Ich sehe anhand der Gesichter, dass ich das alleine machen werde, aber da wird es demnächst auch was geben. Werde ich aber dann früh genug ankündigen auf den Kanälen. Also wenn ich die Folge mitmachen soll. Du siehst mein Gesicht gar nicht. Ja, Flo, das Gesicht reicht mir für euch alle. Wenn ich mir die Folge wirklich antun muss, muss ich mir den Kühlschrank neben den Schreibtisch stellen. Drei Flaschen Tonic. Und dir so einen alten Stuhl kaufen aus der frühen Neuzeit mit so Hochklarer, also mit dem Eimer drunter. Mutti, Schüssel. Ganz ehrlich, ich werde das ausprobieren. Wenn deine Stimme und wenn du was erzählst, mein Kind zum Einschlafen bringt, dann bin ich gerne den ganzen Stream dabei. Der Stream läuft fünf Minuten. Okay, bin raus. Er pennt. Ich weiß ja gar nicht, was wird es denn überhaupt? Wissen wir das? Wird wohl ein Mädchen. Ah, sie pennt, okay. Genau, also da, wenn ich mir mal die sechs Stunden Zeit nehme, was das auch das Problem ist, dann ja. Ignoriere es, Flo. Ich habe, nee, ich. Kann man hier private Chatnachrichten bekommen? Weiß ich nicht. Aber das ist nicht privat an dich. Ah, ich dachte gerade erst an, erst in der, okay. Okay, okay. Danach ging es auf jeden Fall von den Azteken bis zu den Byzantinern in einer blauen Stunde. Auch so eine Reihe, die wir fortsetzen sollten. Das sage ich schon seit Monaten. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Reihen zu beenden und habe gleichzeitig neue Folgen geschrieben. Es ist, äh. Es gibt so interessante Aufsätze, die ich gelesen habe. Über dein Leben kann man keinen Film machen. Da muss man eine Serie, muss man auch wieder eine Serie draus machen. Mit dem Titel Elias kann es wieder mal nicht lassen. Korrekt. Und jede Folge beginnt erst eine neue Serie. Jedes Mal mit neuem Intro, neuer Musik. Moment, wir haben nur zwei Intros. Ja? Das stimmt, ja. Ja, aber wenn man es in eine Serie umbauen würde. Haben wir nicht theoretisch drei. Wir haben eins für die Blauerstunde, eins für die normalen Folgen und ein altes Intro, das Karol irgendwie zwischendrin immer wieder eingespielt hat, weil er das Falsche genommen hat. Ne, das ist doch ja das Standard. Achso, okay. Schade. Also es gibt das Blauerstunden-Intro und das Standard-Intro. Wir brauchen mehr Intros. Ja. Dann, äh, Flo. Das Ende der schwimmenden Festungen. Ja, die Armada. Ach ja. Auch so ein Thema, das ich liebe. Äh, ja. Die Armada. Beinahe wäre England von Spanien erobert worden. Hätten die Spanier sich nicht dämlich dran gestellt, ne? Und die Engländer verdammt großes Glück gehabt. Ich bin immer wieder überrascht, wie schwach England eigentlich so teilweise besetzt war. Ja, die hatten einfach echt viel Glück. Die englische Geschichte ist voll mit absolut hirnrissigem Lack. Mhm. Also wenn, 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 wenn die Welt ein großes Computerspiel wäre, England sind diese dreckigen Lacker, die sich an allen Stellen irgendwie, die haben Startvorteile, die kriegen irgendwie die geilsten Drops, äh, die kriegen irgendwie die schwächsten oder dämlichsten, unfähigsten Noob-Gegner oder sowas gegenübergestellt. Das ist irgendwie deren großes Talent. Der Underdog halt, ne? Das ist, die englische Geschichte ist voller Underdog-Szenarien, wo England der Unterlegene ist und, äh, einen, einen, einen grandiosen Sieg hinkriegt, der dann noch künstlich natürlich propagandistisch erhöht wird und das Ganze natürlich dann noch aufbläht. Das ist so die britische Geschichte. Aber es macht es auch irgendwie spannend und irgendwie auch, äh, hochinteressant. Ja. Weil man da halt einfach tausende Faktoren immer finden kann, warum jetzt das Lack so dermaßen auf ihrer Seite war. Dann sehe ich jetzt, dass wir jetzt dreimal Schlachten der Weltgeschichte hatten, nämlich die 19 und 11. Ja. Aber immerhin war nicht alles davon floh. Ja. Ne, das war die Phase unserer, unserer Vorlesung. Ja, genau. Ja. Weil wir hatten dann auch noch die Schlacht bei Ein-Jalud, die auch schon oft angesprochen worden ist in diesem Podcast. Nämlich als die große erste Niederlage der Mongolen gegen die Mamluken damals, also im heutigen, ja, Israel, wo dann tatsächlich dann doch nur eine Vorhut der Mongolen ganz schön auf die Fresse bekommen von den Mamluken. Ich kriege die Reiter eins aufs Maul. Von den Reitern? Ich weiß, von anderen Reitern. Das war der Wermutstrapfen. Ja. Und dann die Schlacht von Lützen. Und der 30-jährige Krieg. Ja. Ich weiß hier übrigens... Ich bin gerade erstaunt. Ich wollte auch gerade auf die U-Zeiten verweisen, auf die Zeiten, also Schwimmens und Festungen waren zwei Stunden sechs, dann kommt, ich dachte bei Ein-Jalud, eine Stunde acht und dann kommt wieder eine Stunde vierzig mit Lützen und der 30-jährige Krieg. Ja. Ja, es ist halt... Aber später kommen wir noch zu der Strelitzen-Folge von dir und die ist über zwei Stunden zehn lang. So, ne? Also, hm. Da sind wir beide drin. Ja, es ist halt... Ich weiß. Das war, weil wir uns totgelabert hatten über... Ich erinnere mich. Irgendwas Militärisches. Ja, also die Schlacht von Lützen war halt eine der entscheidenden Schlachten des 30-jährigen Krieges. Ein großer Held, der damaligen Zeit stirbt, Gustav Adolf. Und ich habe ja die Folge genutzt, um so ein bisschen die Kampfesweisen anzudeuten oder zu umreißen, die damals eben das Zeitalter der Musketen und Pieken beherrscht hat. Und ein paar Innovationen und so weiter aufzuzeigen. Wir werden demnächst in einer der kommenden Schlachtenfolgen auf Schweden und die Zeit nach dieser Schlacht nochmal eingehen. Auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal verraten. Und feststellen, dass die Schweden, nachdem sie, wie ich in der 149 eben gesagt habe, relativ innovativ unterwegs waren, dass sie dann tatsächlich nochmal innovativ werden, indem sie einen technischen Rückschritt machen. Aber so viel dann in der Folge dazu. Dann kommt die Geschichte des Gu Kahn, L.D. die Zweite. Da warst du dabei, weil ich dich gelockt habe mit Belagerungstechniken. Ja, ja, ja. Wo wir auch... Das war die auch mit der Belagerung von... Bagdad? Ja. Wo die Kanonen eingesetzt haben. Und auch die Belagerung der Alarmutfestung, der Assassinen, wo die möglicherweise Kanonen auf Pferden eingesetzt haben. Also irgendwie so Katapulte oder Kanonen auf Pferderücken, um in die Höhle der Festung zu bringen, dieser schwer einnehmbaren Assassinenbogen in den Bergen. Ja. Genau. Kifferkastel. Ja, ist doch so. Ja, es ist nicht belegt unbedingt, dass Hashashiyun da tatsächlich von Hashish kommt. Oder ob das nur ein Schmähbegriff war. Nimm den Kiffer dieser Welt, nicht ihre Heldenfiguren. Okay. Dann kommt aber jetzt dieses... Sorry, ich stelle mir das jetzt gerade vor. Stell dir vor, du kommst auf so eine Assassinenfestung und das erste Mal freust dich schon. Oh, geil. Voll die legendären, quasi die Ninjas Mittelasiens oder eben des Orients. Und dann kommst du, da geht das Tor der Burg auf und dann sitzen die alle da und denken sich, meine Hand, Alter. Und hintendran sitzt irgendwie einer und sagt, hast du irgendwie einen Snack oder sowas? Ja, also, ja, natürlich kann es gut sein, dass die Hashashini sich nicht die ganze Zeit 24 Stunden am Tag bekifft haben, sonst hätten sie keine großen Leistungen vollbracht, aber... Naja. Ja, ich wollte so sagen... Übrigens, für den Überblick, gerade am 21. Juli, also in der Mitte des Jahres angekommen. Wo sind wir zeitlich? Stunde? Ja. Gut. Kriegen wir eine Zwei-Stunden-Folge wieder hin, ne? Korrekt. Dann haben wir auch das Fatal-Four-Way-Match, das wir gerade eben angesprochen haben. Und danach anschließend, Viktoria, dein Rinderbaron. Ja, mein Ausflug in die ganz, ganz frühe Geschichte. So, bevor es offiziell Geschichte ist, sondern noch Vorgeschichte, Urgeschichte. Das ist ja auch in diesem Podcast, glaube ich, das erste Mal gewesen, das ist ja so weit in die Vergangenheit, so in das Absatz der Menschheitsgeschichte. Also definitiv auch interessant. Also, wer sich da mal informieren will, die Folge ist da zu empfehlen. Dann, äh, Ellie, kann man vergessen, da war ich alleine. Und dann wieder, wer könnte es ahnen, bei einer Frau, Karol. Ja. Also, Elena Lucrezia Cornaro Biscopia. Wie war das, die erste Frau, die… Die erste Frau mit Universitätsabschluss. Ja. Mit offiziell anerkannten Universitäts- und Doktor, meine ich sogar, ne? Ja, Doktrex. Ja. 17. Jahrhundert war das. Ja. Jetzt muss man auf die Folge klicken. Und seitdem begegnet sie mir auch immer häufiger, also… Das ist krass, ne? Ja. Seitdem fällt sie, irgendwie fällt sie seitdem auf. Das kann natürlich auch sein. Ich kannte sie vorher nicht. Ja. Ich auch nicht wirklich. Also, es ist wie so oft, man hat den Namen irgendwo schon mal vielleicht gelesen oder gehört. Doch, ne, ich hab mich, glaub ich, noch an die erinnert, genau. Ich hatte, glaub ich… Ah, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich in der Folge gesagt habe. Ist jetzt schwer im Nachhinein, das zu beantworten. Ich kannte sie auf jeden Fall nicht. Ne, ich hatte die, glaub ich, schon mal, ich hatte von… aber egal. Ja. Spielt ja keine Rolle. War wieder eine tolle Folge von Karol, eine, eine… Figur, auf die sonst wieder wahrscheinlich kaum jemand gekommen wäre. Ja. Der hat eine clevere Karol. Dann kommt die von Flo angesprochene 2 Stunden 10 Folge über Strelizen, Reitare und Soldaten. Also, über die russische Armee in der Zeit von Iban IV. und seinen Nachfolgern. Ich glaube, uns zwei müssen einfach nur irgendwie so ein militärisches Thema hinschmeißen und wir könnten stundenlang unterhalten. Ich hab gerade vor ein paar Tagen die Folge geschnitten, wo wir uns auch irgendwie am Schluss über Bögentechniken unterhalten und immerhin Karol sagt so, komm, Thema. War das nicht auch Mongolen irgendwas wieder, wo wir, wo wir dann angefangen haben, die Konstruktionsweisen von Bögen zu diskutieren? Ja, das müsste dann wahrscheinlich, war das die über die Uiguren? Das könnte sein, ja. Wobei… Ich bin mir sicher. Ja, genau, weil wir irgendwie über, über die Mannstärke zu Bogen gekommen sind oder so. Also, wie, wie würde eine Schlacht aussehen zwischen West und Ost? Es müsste die, die Uiguren-Folge gewesen sein. Weil die auch zeitlich wieder etwas eskaliert ist, obwohl es eigentlich nur ein kleines Skript war, unter anderem vielleicht deswegen. Naja gut, ich meine, die 1,40-Folge, die danach ja kam, war ja auch nicht auf meinen Mist gewachsen, sonst war es uns nicht im Krieg. Und es war nicht von Karol. Ja. Also, will ich hier immer nur sagen, also zwischen lesbischen Beziehungen und Cross-Dressing, das würde normalerweise Karols Folgen sein, oder? Ja, theoretisch. Ja, ich habe es ihm damals aber auch schon versprochen, dass das etwas für ihn sein wird. Also, anhand, glaube ich, von zwei, genau, zwei Beispielen von lesbischen Beziehungen in der frühen Neuzeit. Faszinierend. Dann, äh, top aktuell, wo es auch ein paar Tage später warst du es, Flo oder Karol, ich weiß es nicht mehr, der irgendwie den Screenshot geschickt hat, dass auch die BBC sich damit beschäftigt hat, nämlich wie die Pest nach Europa kam. Ja. Weil, ja gut, das ist, am Anfang der Corona-Krise war doch ständig, dass die ersten Parallelen, die gezogen wurden, zur Pest waren. Dann irgendwann ist man drauf gekommen, ja, vielleicht dann doch lieber die Cholera-Epidemie aus dem 19. Jahrhundert. Dann kam man auf die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts und jetzt ist ja eh die historische Bezug weg, jetzt ist ja nur noch das aktuelle, oh Gott, ich kann Weihnachten nicht richtig feiern oder sowas, dass die Nachricht wäscht. Aber am Anfang der Corona-Krise erinnere ich mich noch, dass dann ganz viele, ähm, Nicht-Historikerinnen und Historiker angefangen haben, pseudoclever Vergleiche mit, äh, der Pest zu ziehen und, äh. Das war richtig schlimm. Ja. Also. Ich meine, ja, es gibt Parallelen, aber, ähm, da muss man schon teilweise einen weiten Spagat machen, um die. Ja, vor allem das von den Pseudohistorikern, das dann auch nur so pseudowissenschaftlich war, aber dafür aufgepusht, also, da habe ich teilweise Sachen gesehen, nee. Aber ich finde diese Neuinterpretation von Hannah Barker ganz interessant. Die war spannend, ja. Wobei ich mittlerweile einen älteren Artikel gelesen habe von, in einem etwas unbekannten russischen, in einer etwas unbekannten russischen Zeitschrift, Zeitschriftenreihe, äh, wo quasi die These schon mal aufgegeschrieben worden ist. Nur die hat das nicht gelesen und kam selber nur eingeständig drauf. Was aber schon dafür spricht, dass diese These Hand und Fuß hat, wenn zwei Leute unabhängig voneinander darauf kommen und war ja auch relativ schlusshaltig in ihrer Argumentation. Dann etwas, was vielleicht nach Viktoria klingt, aber auch wieder eine externe Folge war, nämlich mit Jason Trigeles über das Bestattungswesen in der vorrömischen Zeit, hier in der Saargegend. Auch wieder Gräber als das Gedächtnis unserer Zeit. Da könnt ihr beiden ja nichts dazu sagen, da wart ihr nicht dabei, wie auch in der nächsten. Ja, leider. Wo es über Sinti und Roma im Dritten Reich ging, das hatten wir auch schon mal so versprochen. Und, ja, Flo? Nee, ja, ich war da leider nicht dabei und ich ärgere mich heute noch. Ja. Wo wir auch noch ein bisschen mehr machen wollen, da hatten wir mit Franz Josef Schäfer gesprochen, einem Historiker, der viel über die saarländischen Sinti und Roma geforscht hat und uns versucht hat, ein bisschen dann den allgemeinen Überblick zu geben. Ähm, ja. Und dann, Rentner und Rekruten gegen Stolz der Kriegsmarine. Warum ist es dann die Schlachten der Weltgeschichte dabei? Elias, du bist unzuverlässig. Elias, was kannst du eigentlich? Ja, nicht ganz. Ja, äh, ja gut. Schlachten aus dem Ostlofjord. Ja, genau. Also, die Bad Röback, äh, eine Verhältnis, wenn ich kurze Folge sehe, ich gerade 1,22. Ja, es sind ein paar Schiffe untergegangen, das war's. Ja, ja gut, die, die Geschichte des Bürgerbärders Olaf Eriksen, ähm, der, ähm, der da irgendwie, äh, das geschafft hat mit einer völlig geriatrischen Festung und einer aus Rekruten und langsam ausgemusterten bestehenden, äh, Truppe ohne Kriegserklärung der Kriegsmarine, die versucht hat, da einfach mal mit gelöschten Lichtern an ihm vorbeizuschnattern, äh, volle Kanne eine in und vor den Bug gegeben hat. Also, das ist wieder eine sehr hörenswerte Folge, weil, äh, auch sehr amüsant teilweise, was da schiefgelaufen ist und was, äh, wie schlecht sich die Deutschen tatsächlich bei der Invasion von Norwegen angestellt haben. Ganz unpassend fand ich ja dann, oder nicht unpassend, aber untypisch ist die Folge 161 über den digitalen Anerfolgetismus. Mhm. Einfach, äh, der noch aus der Kooperation stammt mit dem Paul, dem Podcast für Lebenslanges Lernen, wo ich Moderator auch bin und ich das einfach interessant fand, diese Folge und, ja, so hat diese Folge auch einen Weg in, ja, Historie Universalis gefunden. Und dann wieder eine Frau von mir, nämlich die Generalsprinzessin, die Geschichte von Cthulhuun. Die Steppenreiter waren zurück. Du hast mich über die Opa reingeloggt. Ja, genau. Ja. Ganz kurz noch zur, äh, zum digitalen Analphabet, Analphabetismus. Man könnte das ja schon beinahe als ein Prequel sehen, äh, zu der Folge, die, oder der Reihe, die dann Karol angekündigt hat. Mehr oder weniger, weil da müsst ihr mir ja wiederum helfen, weil da ich nicht dabei war. Ja. Und ich will nur darauf verweisen, nicht nur ich Machereien, Karol auch. Ja. Genau, also Cthulhuun, die Ringerprinzessin, äh, die mythologisch fast schon, äh, Figur, die es geschafft hat, eigene Heere zu führen. Und ja, ganz interessant. Und halt auch kulturell, äh, Einfluss nach Westen gefunden hat, über, äh, Opern von verschiedenen Komponisten. Sei das jetzt, äh, von Weber oder, äh, Verdi hatten wir, glaube ich, ne? Hm. Ja. Dann haben wir nochmal eine Eldi-Folge über Mongolen in der Mamluk-Ichnamee, also Reiter bei Reitervölkern, so ungefähr. Äh, die volle Packung. Und dann die Blauderstunde über den 11. September, wo ich nicht dabei war. Ja, die war auch nicht. Ja, das dürfte die erste Folge gewesen sein, äh, bei der ich nicht dabei war. Ja. Ja, das war die Folge, wo ich, äh, die war inspiriert dadurch, dass ich irgendwie Tage zuvor bei meinen Eltern war und nachts nicht schlafen konnte und dann irgendwie auf Phoenix oder sowas lief eine Dauerreihe mit erstmal den Folgen von Das war da mal weg, wo es dann um den Zusammenbruch der DDR ging. Äh, und dann ging es irgendwie um die 90er und dann um die 1000, 2000er, äh, irgendwie geschichtlich und dann war dann halt der 11. September natürlich so ein beherrschender Faktor, ähm, wo auch mir in der Dokumentation nochmal klar geworden ist, wie viel verdammter Mist, der jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten sich so bei uns ereignet hat, eigentlich mit dem 11. September zusammenhing oder von dem verursachbar oder mit dem irgendeiner Verbindung stand. Deswegen wollte ich, und weil es halt auch einfach nochmal, es war, äh, es war der 10., äh, der, äh, der, äh, zehnte Jahrstag. Genau. Äh, nee, 20. Jahrstag. Jahrstag, warte mal, jetzt bin ich ganz durch. Nee, der 20. Der 20. 2011. Äh, 2001 war das. Komplett, heute bin ich also wirklich fünf Stunden sinnentlierter Arbeit im Museum und ich bin völlig geistig leistungsunfähig. Ähm, ja, äh, 20. Jahrstag, konnten wir uns nicht entgegenlassen, fand ich. Ja. Und war auch ja eine spannende Diskussion mit Olli und mit, äh, mit Karol. Ich hatte mir noch Sorgen gemacht, weil, äh, da inhaltlich so viel natürlich jetzt, kannst du da nicht groß erzählen, äh, beziehungsweise ich hatte nicht so extrem viel inhaltlich vorbereitet, weil ich wirklich das klaudern wollte und das hat er aber dann doch mit fast zwei Stunden ganz gut. Ja. Auch, ähm, Stoff zum Blausern hat die nächste Folge erzeugt. Talienische Frauen, Mystik und Marienrezeption in der frühen Neuzeit, weil wir quasi einen Nachklapp hatten mit einer zweiten Folge dann, mit 168. Und sagen wir mal so, ich habe auch, äh, teilweise noch, äh, persönliches Feedback bekommen über, äh, andere Wege. Ähm, es gab Reibungspunkte mit dieser Folge. Weil? Naja, ähm, die theologische Auslegung der Theologie-Doktorandin doch teilweise bei etwas älteren Theologen für Widerspruch sorgte. Wurde dann an einem alten Weltbild gerüttelt? Möglicherweise. Oh je, wer hätte das gedacht? Tut uns aber leid. Dass eine Frau an einem alten Weltbild rüttelt, weil sie die Theologie anders interpretiert, also ganz schuldig. Weil sie halt einfach jung ist und aus einer anderen Generation und. Ja. Finde ich gut. Wusste ich nicht. Finde ich gut. Ja, äh, wir haben es auch nicht groß an die Glocke hängen wollen. Dann die Armee der Golden Horror. Das ist ein Zweiteiler, den wir, den ich jetzt auch im Stream schon beendet habe. Im Feed glaube ich noch nicht, wenn diese Folge rauskommt. Und dann auch zwei Stunden, äh, lang wie Afghanistan zu einem Staat wurde. Diese Folge ist damals, äh, eigentlich, naja, war eine schwierige Geburt, weil eigentlich eine Freundin von mir, eine Afghanin, ähm, ja, die Familie in Kabul festsitzt hatte. Und wir überlegt hatten, im Vorfeld, was machen wir? Und wir müssen, also, es war, die Folge ist entstanden, als die Taliban noch nicht Afghanistan wieder zurückerobert hatten, sondern als. Aber sie waren auf dem Weg. Sie waren auf dem Weg. Und wir wollten halt schnell irgendwas machen, hatten schon, äh, mit verschiedenen Personen gesprochen, Überlegungen und so weiter. Und dann hat uns eigentlich die Zeit eingeholt. Und, also, wir waren nicht schnell genug. Hatten wir nicht aber in einer Folge, äh, da ziemlich, war das nicht sogar die Folge, wo wir uns dann auch am Schluss nochmal mit der aktuellen Situation so auseinandergesetzt hatten? Ja, ne? Mhm. Aber. Da wurde es dann auch, glaube ich, nochmal ein bisschen emotionaler. Definitiv. Aber eigentlich sollte das keine Geschichtsfolge sein, sondern eher eine aktuelle Politikfolge, die aber, die einfach überrollt worden sind, auch von dem, was passiert ist, äh, weil es so schnell ging dann im Endeffekt. Es ist krass, dass das jetzt schon fast, fast drei Monate dann jetzt her ist, dass die so, diese ganze Kacke da so am Dampfen war. Kein Interessant. Und wie üblich ist wieder komplett aus den Nachrichten raus. Interessiert wieder keinen mehr. Wieso? Die Taliban hat jetzt wieder Reisepässe ausgestellt. Ist doch alles gut. Die machen doch einen Start. Hm. Yay. Gut, äh, die 168 sprachen wir gerade eben. Kommen wir schon an. Ja. Dann, äh, ich durfte ja dem Letzt kurz technische Hilfeleistung geben bei deinem Kurs. Und da sah ich auch schon die Überschrift. Treffen sich zwei Männer beide tot. Auch die Unterüberschrift, äh, der 169, die Schlacht von Québec. Ja. Ja, eine der interessanten Schlachten. Jede Menge Vorbereitung, jede Menge vorgeplänkelt. Man sieht es ja auch wieder fast zwei Stunden lang. Dabei sind gerade mal 15 Minuten Schlachtgeschehen eigentlich da drin. Aber ich finde, man braucht es halt einfach. Man braucht die Einbettung, man braucht da Infos dazu, um sowas voll verstehen zu können, was da abgeht. Und ich finde, den Untertitel, auf den bin ich immer noch stolz. Den werde ich auch weiter benutzen. Ich habe jetzt quasi... Der ist verdammt gut. Ja. Ich habe davon profitiert, dass diese Folge quasi schon geschrieben war und ich das Skript Gott sei Dank nicht weggeschmissen habe. Deswegen konnte ich das jetzt quasi meinen Gasthörerinnen und Gasthörern nochmal präsentieren. Zugegeben, ein bisschen trockener natürlich, als ich es für den Podcast machen konnte. Aber naja. Ich überlege gerade an dieser Stelle, wann wir überhaupt dazu umgestiegen sind, auch viel auf Twitch zu machen. Das haben wir irgendwo übersprungen. Das war schon vor einer Weile... Das war D4, das vierfache Quiz. Das war auf jeden Fall... Das könnte sein, ja. Da war schon... Auf Twitch und ich glaube, danach haben wir es beibehalten. War Ajan Kornig aber auch schon bei Twitch? Ja, wir müssen jetzt unterscheiden, rein bei Twitch streamen, ohne Bild. Dann irgendwann mit dem Bild von mir und dann auch irgendwann jedes eigene Hintergrundbilder und irgendwann kamt ihr auch dazu. Also es war ja so peu a peu immer mehr, immer weiter hochgefahren worden. Also, naja. Das finden wir jetzt wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht mehr raus. Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, bei YouTube. Manchmal den Stream hochzuladen, manchmal einfach nur die Audiospur. Ja, wir sind da selber noch am finden, was wir persönlich am liebsten mögen und was uns am besten passt. Auch hier gerne wieder Rückmeldungen aus dem Plenum. Gab es ja teilweise schon, hier war nämlich gespalten, so nach dem Motto, die einen fanden es gut mit Bild, die anderen ohne Bild. Deswegen machen wir jetzt mal so, mal so, wie es gerade irgendwie der Zufall bestimmt. Na, könnt ihr natürlich zynisch sein und sagen, der Trick, wenn man auf YouTube kein Bild haben will, ist... Weggucken. ...einfach was anderes machen. Ich gucke, ich höre mir auch jede Menge Sachen auf meinem Handy an, da gucke ich auch nicht, was da im Video passiert. Weiter ging es mit einer weiteren Folge von mir, mit der ich mich ganz weit aus meinem normalen Gefilden begeben habe. Das talentierte Fräulein Viktoria. Naja, es ging um die Piratenkönigin Shang-Yi-Sao. Ja, von der hatte ich einfach mehrfach schon gehört und dachte, komm, über die musst du mal was erzählen und hab mich dann da in ein Rabbit Hole gestürzt an Nachforschung und mit in einer Bekannten noch über Discord ausgetauscht, über die Aussprache etc. etc. War auf jeden Fall eine super interessante Folge, die mir auch so viel Spaß gemacht hat. So interessant, dass doch kurz drauf hattest, dass ich gepostet, dass die BBC auch was drüber geschrieben hatte, gell? Ja. So, wo wir schon mal dabei sind, mit zeitgleichen Folgen. Ach so. Willst du da nicht bei der Folge dann drauf eingehen? Ähm, naja, die nächste hat ja auch eine Verbindung dazu, die 171. Ach so, okay. Die 171 ist nämlich die Amischen zwischen Mythos und Realität, eine externe Folge, wo mir danach ein entrüsteter Ralf Grabuschnick eine Nachricht trieb. Warum eine Folge über die Amischen? Ich wollte doch auch eine, der macht, hatte im Endeffekt. Aber es mag sein, dass vor ein paar Wochen quasi zeitgleich eine Folge von uns über ein Thema kam und von dem, ach, wurde dann auch schon geungt worden, das Werte hier von wem abgeschaut? Also wir waren. Ja, da gehen wir dann drauf ein. Genau. Können wir bei der Folge noch machen, die kommt ja noch. Aber die Amische Folge ist auch wieder eine sehr kurze Folge für unsere Verhältnisse. Ja, da war ja nur ich dabei als Interviewer und der Experte. Ja. Deswegen, die sind halt immer ein bisschen kürzer, weil wir uns nicht dauernd unterbrechen und ins Wort fallen. Und keiner von uns das Skript schreibt. Das ist auch. Apropos. Mir fällt gerade ein, letztens hatte ich ja dieses, wo ich bei dieser älteren Frau war, die auf unseren Zeitungsartikel reagiert hat. Und die hat mir erzählt, sie war gerade zu der Zeit in den USA zu Besuch und dann auch in Pennsylvania, als die Amische im Streit mit dem US-Staat lagen, weil der ihnen nämlich angeordnet hat, dass sie an ihren Kutschen gefälligst Lichter anzubauen. Fand ich ganz putziges Detail, dass sie gesagt hat, dass sie das mitbekommen hat, dass da dann so großes Tohwabohu war, weil die Amischen sich weigerten, elektrische Lichter an ihre Kutschen anzubauen. Aber der Staat sagte, road safety first. Ja. Das war so putzig. Dann war 172 von dir. Ja. The War of the Worlds. Auf die ich bestanden hatte. Ein Hörspiel und eine Panik, die nie war. Ja, die Halloween-Folge. Genau. Und mein Geburtstagsgeschenk an mich selber quasi. Die war mir so von der Thematik her bekannt. Also ich kenne die Story von dem Krieg der Welt und auch mit dieser Panik. Wobei mir nicht ganz bekannt war, was es dann, also ich ging von mehr Panik tatsächlich aus. Also du zeigst es ja dann nochmal ganz schön, dass vielleicht die Panik auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen propagandistisch, aber es wurde schon so ein bisschen Story-mäßig, so es passte einfach in das große Bild hinein. Ich glaube, ich hatte es auch in der Folge gesagt, dass mich das ja fast selber überrascht hat. Ich wollte eigentlich quasi ursprünglich, weil ich so lange mit der Sache mich auch umgetrieben hatte und schon von Jugend an mich für diese Sache mit War of the Worlds interessiert hatte. Ich wollte eigentlich über diese Panik reden und habe dann beim Recherchieren feststellen müssen, ist gar keine. Die alte Forschung hat noch von sowas gesprochen und die neuere Forschung der letzten, sagen wir mal 10, 15 Jahre, hat dann aufgeklärt, ja, nee, da war nichts. Das ist halt eben so, wie es jetzt war. Also ich musste quasi dann beim Erstellen der Folge selber nochmal komplett umdenken, aber es war dann doch ein spannendes Thema und ich hoffe, dass sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch tatsächlich mal das Hörspiel reingezogen haben, das wir ja auch verlinkt haben in der Folge, weil es einfach ein Meilenstein der Mediengeschichte auch ist. Und wir hatten ja uns noch darüber gefreut über die Gustav-Holz-Lieder. Wir hatten ja noch viel Holzt vor der Hütte. Ja, ist das so. Ja, gut, komm weiter, weil beim nächsten Teil müsst ihr mir helfen, weil das war wieder eine Folge, wo ich nicht dabei war. Also 2021 ist das echt eingerissen. Geschichte der Emojis, blick nach vorne, blick zurück nach vorn, Teil 1. Also Karola hat scheinbar eine Reihe gegründet, aber was hat er da erzählt? Ja, es ging halt darum, wie sich Kommunikation verändert hat und wie Emojikons und Emojis, was der Unterschied davon ist und wie die halt wichtig wurden in unserer täglichen Kommunikation. Seid ihr auf unseren Streit eingegangen? Wisst ihr das noch? Ja. Ja. Karola hat es, glaube ich, sogar selber angeschnitten, oder? Ja. Das war, glaube ich, der Auslöser dafür, dass er die Folge sich ausgedacht hat. Ja. Hat er sich in ein gutes Licht stellen wollen? Nee, nee, aber er hat, es kam an der Sache, fand ich schön, die Ambivalenz in der Nutzung von solchen Bildchen halt raus, weil, ja, da halt einfach so viel Interpretationsspielraum trotz einem Teil. Ich vier Jahre lang falsch verstanden worden bin. Oder du dich falsch ausgedrückt hast, je nachdem, eine Frage der Perspektive. Genau. Naja, falsch nicht. Also ich habe etwas immer benutzt, um so ein leichtes Schmunzeln anzuzeigen. Und das verstand Karol als, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ihr könnt gerne in der Folge nachhören. Was ist irgendwie eher so ein Mäh oder so ein kritisches? Ja, irgendwie so, keine Ahnung, ja. Ja, ja. So hochgezogene Augenbrauen oder so. So missbilligend. Ja, missbilligend, genau. Ja, und ich kannte es dann als Zeichen für Sarkasmus oder so. Ja. Jo. Schwierige Kommunikation mit diesen komischen Zeichen. Dann hatten wir aber wieder eine Perle, wie du sagst, von Olim. Ein Leben zwischen Amrun und Konstantina. Ja. Der andere ist der Geschichte der faszinierenden barbaresken Staaten, die über Jahrhunderte die Geschichte der Seefahrt mit beherrscht haben oder mit beeinflusst haben. Und einem Menschen, der aus Amrum eben in Nordafrika landete und dort in höchste Ämter aufgestiegen ist. Faszinierend. Also, wieder auch, das ist, wir brauchen mehr Perlen von Oli. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht durch die Seltenheit werden sie halt noch qualitativer. Also, ich weiß nicht, wenn er es mehr machen würde, dann wären es vielleicht nicht ganz so Perlen, sondern nur noch Fiederscheine oder Plastikkügelchen. Ja, oder Plastikkügelchen, ja. Ja. Tja, eine Auster braucht halt lange Zeit, um eine schöne Perle zu produzieren. Meinst du, Oli muss sich immer noch öffnen? Gut, dass die nicht da sind. Karol beginnt wahrscheinlich einen Schleudertrauma, der wäre schon die ganze Zeit am Kopf schüttelt. Alter, was labern die für einen Schleuder? Er ist nicht geil, er kann es nicht eimbremsen. Wäre wahrscheinlich schon ein ganzes Päckchen tief. Ich warte drauf, dass wenn das Ding hier auf YouTube landet, dass Karol dann derjenige ist, der drunter antwortet. Spurblatt-Kommentar von Karol löschen. Die 175 wieder eine externe Folge mit Clio Stahl, wo wirklich also quasi ein, also sie hat einen Doktortitel und ich Doktorand über unsere Forschungsthemen sprachen, also Steppenkrieger hohe zwei. Die nächsten drei Folgen waren externe Folgen, die nächste ja auch wieder. Genau, aber da waren wir dabei alle. Ja, ich nicht. Ja, genau, du musst es arbeiten. Riesen in der mittelalterlichen Literatur mit Dr. Alan-Lena van Beek, die sehr interessant war, fand ich. Ja. Man merkt, dass Alan da sehr viel, sehr viel gemacht hat und ja, war nochmal schön, so eine Doktorarbeit vorgestellt zu bekommen. Das sind schon mit die qualitativsten Arbeiten mit der Habi dann, weil da doch sehr viel Zeit reingeht. Genau, die nächste Flora war ich nämlich in Wien, in Wien, und habe dort ja zwei Folgen aufgezeichnet. Im Urlaub wohlgemerkt. Ja, mehr oder weniger Urlaub. Ja, wenn du Freitags hochfährst und montags zurück und nach Wien zu fahren, ist jetzt auch nicht gerade kurz, also ja, genau. Der Paulus Palaiologos Tagaris, wo uns Günther van Anahundi die Geschichte eines Buchstablers erzählt. Also die Folge wird dir gefallen, Flo, so viel kann ich sagen, weil der Typ hat es hinbekommen, gar nicht schön viel zu schwindeln. Also der ist quasi aus dem Fasten nichts irgendwann mal Bischof geworden und Gesandter beim Papst und beim französischen König in Ehren und Würden und so weiter. Also der Mann war wohl überzeugend in seinem Auftreten. Also Ralf, der ja mit dabei war auch und ich hatten unseren Spaß dabei, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hört, was auch mit dem Konsum von flüssigen Nahrung zu tun haben könnte. Die das nochmal befeuert haben, aber ja. Ja, das passt ja dann auch perfekt zur nächsten Folge, wo Flo uns noch so jemanden vorgestellt hat, der die unnötigsten Sachen gemacht hat. Das war ja kein Betrüger. Unnötig waren die Sachen ja auch. Nein, ich habe mich nicht gesprochen. Unmöglich. Und unmöglich waren sie offensichtlich auch nicht. Er hat es geschafft, Pferdekacke nach Venedig zu bringen. Wir wissen nicht, wie er hat es gesagt. Ja, Horace Cole Devere. Auch wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, der Typ braucht eine Geschichte. Ich war ja selber über eine Folge des YouTube-Kanal Zephyrus darauf gestoßen. Shoutout an der Stelle für die, die sich für so ein paar obskure Sachen interessieren. Die Zephyrus-Videos sind halt auf Englisch, aber sind hochinteressant. Der hat ein paar obskure Sachen, wo ich mir auch denke, vielleicht das eine oder andere werde ich auch nochmal so ein bisschen mich reinverknusen und mal gucken, was ich da auch noch rausholen kann. Und das war auch die Folge, auf die du dich bezogen hast, weil zufällig, als wir diese Folge rausbrachten, kam plötzlich von einem anderen Podcast zum selben Thema das Ganze. Und es war so, es hatte ein wenig Geschmäckle, laut Karol. Aber dank Twitch können wir ja darauf weisen, dass wir, glaube ich, vier Wochen oder fünf Wochen vorher diese Folge aufgenommen hatten. Dementsprechend hier. Wer schaut von wem ab? Ich habe ja auch schon gesagt, ich fand es ein bisschen schmeichelhaft, dass wir so gut sind, dass wir schon kopiert werden. Das ist das beste Kompliment, das du kriegst, wenn du kopiert wirst. Ja, aber das war so eine Folge, die hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht allen. Wie absurd kann Geschichte sein? Ich überlege gerade, was die größten Lachflächs waren bei uns. Also ich kann mich noch an den Lachfläch erinnern bei der Menschheitsgeschichte, bei den Pyramiden. Da hatte ich echt Bauchschmerzen und wir haben die Augen gedreht. Und dann unsere etwas unangebrachten Lachflächs bei der Crossdressing-Folge, glaube ich, über irgendeinen Namen. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, da war noch was. Scheiße, wie hieß denn der nochmal? Ja. Ja. Es war wieder so ein ... I never want to grow up-Moment. Ja. Penisgesang. Ja, ansonsten habe ich halt einfach letzte Woche unglaublich viel gelacht. Aber die Folge ist ja noch nicht raus. Ja. Okay. Verdammt. Sehen wir dann. Was haben wir in der letzten Folge? Haben wir in der letzten Woche aufgenommen? Ähm, gute Frage. Ja, aber es war doch Dünner. Scheiße. Nee. Ah, das war der Nordkrieg. Ja. Der Nordische Krieg. Ah, der große Nordische Krieg. Ja, stimmt, genau. Die Folge, die ich vorhin schon verwiesen hatte, ja. Ja. Was war da der Lachfleisch gewesen? Ja. Das war, äh, Karols, äh ... Ach, Schlepphoden. Schlepphoden, genau. Ach, der Schlepphoden. Der Schlepphoden. Schlepphoden. Ja, äh, auch wieder so eine ... Wir hatten die Rückmeldung vom Publikum bekommen, unsere Intros sind zu lächerlich und zu lang. Ja, so haben wir es besonders lächerlich und besonders lang gemacht. Wir hatten, glaube ich, also ich hatte eigentlich den Vorsatz, okay, du bist mit der Folge dran, Flo, konzentrier dich, mach das ein bisschen reduzierter, versuch die Kritik des Publikums einzubeziehen, aber dann Karol um die Ecke mit seinen Schlepphoden und da fiel mein guter Vorsatz schnell. Schneller als so ein Schlepphoden aus der Buchs. Ja, ihr werdet's hören. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Aber, Karol, äh, Karol, ja, Gott im Himmel, äh, Flo, um dich zu beruhigen, ich, äh, hab irgendeine Folge geschnitten und wie gesagt, wir machen jetzt ja die, äh, in die Shownotes, wann die Folge anfängt, die richtige. Man hat übrigens so eine, ja, bei zehn Minuten könnt ihr übrigens anfangen, einfach so zehn Minuten Intro. Das ist, wie ich es auch in der letzten Folge dann schon gesagt habe, wie ihr dann hören werdet, für mich persönlich ist das so, ich komme normalerweise mittwochsabends von der Arbeit, will entspannen, will Spaß haben und da ist das hier mein Ventil. Also, sorry, wenn es euch auf den Keks geht, aber, hm. Und den anderen geht's ja auch teilweise nicht so anders, oder? Das ist ja so ein Spaßformat. Und, ja, wir haben auch genug Ernsthaftigkeit teilweise drin. Oh ja. Und solange wir nicht davon leben können, äh, das müssen wir sowieso so machen, dass wir Spaß dran haben. Das hatten wir in ein paar Folgen schon, wo dann auch hinterher dann irgendwie Sprüche oder, ja, was heißt, Sprüche, Kritiken kamen, dass wir teilweise zu flapsig mit den Thematiken umgehen würden, aber da hatte ich schon mal gesagt, dass, wenn du dich mit so ernsten Sachen auseinandersetzt, ab einem gewissen Punkt, wenn das dein Taggeschäft ist, dass du dich eben mit dem Tod von Millionen auseinandersetzt, zum Beispiel. Du musst irgendwann anfangen, einen Kompensationsmechanismus zu ergreifen. Und dann ist halt Humor das Beste. Und wenn es dann halt ein bitterer Galgenhumor ist, das bedeutet ja nicht, dass man die Geschichte oder das, was da passiert ist, nicht wertschätzt oder nicht die Gravitas, die dahinter steckt, irgendwie anerkennt. Es ist halt einfach ein Kompensationsmechanismus. Man muss lachen, damit man nicht heulen muss. Ja. Bei vielen Punkten in der Geschichte. Beziehungsweise einfach, damit man besser umgehen kann. Ja, ja. Meint das ja. Sonst wird man depressiv. Dass man halt nicht wahnsinnig wird. Ja, absolut. Was meint ihr, wie Leute mit, was für verqueren Humor teilweise Leute haben, die sich den ganzen Tag mit dem NS-Regime beschäftigen oder mit dem Holocaust? Habt das schon einige kennengelernt. Die haben teilweise den bitterschmerzesten Humor. Aber den brauchst du dann irgendwann auch, sonst wirst du wirklich wahnsinnig, wie Viktoria gesagt hat, du wirst wahnsinnig darüber. Aber naja. Ja, und dann kommt Elias wieder mit Sex um die Ecke. Er hat Penis gesagt. Genau, dieses Mal war nicht im Mittelalter, sondern im antiken Rom. Auch wieder der erste von zwei Teilen. Also, ich schaff's immer, irgendwas zu beginnen und nicht zu beenden. Was bei Sex echt bitter ist. Ja. Ist bei der Thematik besonders bitter, ja. Du bist so sehr leid. Stuss. Ja. Damit wären wir wieder dabei. Quod era Demonstrant. Ja, ich verknall's mir jetzt. Ich meine, was man bei unserem Podcast nicht vorwerfen kann, ist das Ende, dass das zu früh kommt. Also, wir wissen es schon, die Sachen in die Länge zu ziehen. Mehr sag ich dazu. Ja. Ja, da beginnt halt der Satz, ach kommst du endlich mal zum Ende, ganz andere Konnotationen zu bekommen. Ich komm gleich, ich komm gleich zum Ende. Zwei Stunden später. Aber Flo, du bist besonders gut im extrem langen Vorspiel, ne? Oh ja. Oh ja. Nicht das erste Mal, dass ich das für eine Frau... Ja. Ey, sorry, Kontenance. Das muss ich nochmal mit den Anstand zwei Wochen spielen. Am 15. Dezember waren wir dann wieder in Wien. Da haben wir nämlich dann die Blauterstunde mit Ralf und Günther gehabt. Also, Anu Mundi und Deja Vu Geschichte Podcast. Wo wir so ein bisschen darüber sprachen, wie wir zu Podcasten gekommen sind, wie die Podcasts von uns entstanden sind. Und ja, so ein bisschen passend zu dem, der dann jetzt von unserer Perspektive von ein paar Tagen rauskam, wo ich und Flo über ein ähnliches Thema sprachen. Aber dazwischen kam noch ein Machtwerk. Ja. Wieder was, wo du nicht zu Ende gekommen bist. Ne, aber wieder mal so eine Folge, wo ich zwischendrin mit den Namen da saß und wieder extrem unerwachsen war. War das die, wo ich auch dabei war? Ja. Das war, wo wir zum ersten Mal zu dritt diesen Laden übernommen haben. Die Geschichte der Seltschuken, eine große Familie im Dauerstreit, wo es quasi jetzt fast zwei Stunden darum ging, ja, die konnten sich nicht ausstehen, deswegen haben sie sich gegenseitig umgebracht mit der Bogensehne. Ja. Und der zweite Teil wird bald folgen. Wo ist Überraschung? Wieder darum geht, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Ach, echt? Wer hätte es gedacht? Ja. Ja, Gott, meine Güte. Das war die Zeit vor dem Fernsehen. Man hatte halt noch ein bisschen andere Hobbys. Ja. Genau. Und dann… Sex und umbringen. Ja, genau. Man hat auch sonst nichts anderes. Die gute alte Zeit halt, ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, Flo und ich über, wie wir zur Geschichte kamen. Flo, der Podcast ist im Nachhinein im Schneiden, war er mir positiv aufgefallen. Okay. Also, sonst hätte ich es nicht rausgegangen, sonst hätte ich es nicht veröffentlicht. Ja. Ich war tatsächlich zwischendrin nicht so unbedingt glücklich mit der Folge. und wollte eigentlich schon fast anregen, dass er nicht, dass er irgendwo im Äther verschwindet oder sowas. Aber, naja. Wenn so gut ist, ist gut. Ich hatte nochmal tatsächlich Spaß beim Hören, weil ich so ein bisschen mit diskutiert habe, währenddem ich geschnitten habe. Also, das passiert nicht immer. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber… Wie, du hast mitdiskutiert, wir haben nur geschnitten… Hä? Ja, ich hab… Diskutierst du mit einem… Ja. Redest du mit dir selber? Oder mit Flo in dem Fall. Du kannst sagen, das… Alter, das ist die Meta-Ebene von Selbstgespräch. Du nimmst ein Gespräch von dir mit jemand anderem auf und diskutierst dann mit dir selber in dem… Alter. Ja. Und Selbstgespräch-Seption. So, und jetzt können wir noch etwas machen, was für den Stream ein bisschen komisch sein wird, weil wir in die Zukunft reden werden. Ich meine natürlich in die Vergangenheit. Weil an Weihnachten kam ja noch eine kleine Folge raus. Ah, ja, ja, ja. Welche? Eine kleine Sonderfolge mit Professor Dr. Michael Oberweiß über, ja, wann überhaupt Weihnachten ist und wie man denn Weihnachten genau jetzt berechnet und was das mit Neujahr zu tun hat und Ostern und sowas und warum man in Anno Domine oder Inkarnationsstil und was das alles ist. Also kurz gesagt, sie hat einen Podcast über den kleinen Pauli gemacht. Den kleinen Pauli? Den neuen Pauli oder wie heißt? Grote-Fans. Grote-Fans, scheiße, wer war ein Pauli nochmal? Das war das Nachschlagewerk für die Antike. Ja. Mist, sorry, okay. Ja, und damit hat mir der gute Professor, ist er Professor, Doktor? Ja, was? Ja. Oberweiß. Hat er mir schön das Thema geklaut, weil ich hatte Ideas geschrieben so, hey, ich habe eine super Idee für Weihnachten, wie wäre es, ich kenne mich doch so gut mit Chronologie aus, dadurch, dass ich jahrelang Tutorien war und so, wie wäre es, wenn ich da ein Thema vorbereite? Und dann war er so, ah ja, nö, das ist schon geplant, aber mit wem viel Besserem als dir? Nix gegen den Oberweiß, der ist verantwortlich für eine meiner wenigen sehr guten Noten in meinem Studium überhaupt, in der mündlichen Prüfung. Also ich kann so viel sagen, es ist noch genug Material da, um noch Folgen über Chronologie machen zu können. Dann mach du doch über den Pauli. Ich habe seit Jahren nichts mehr mit der Antike am Hut, das war das Erste, was ich im Studium durchgearbeitet habe und, ja. Aber wir brauchen mehr Antike und du wirst da jetzt in die Abteilung versetzt. Ja, aber gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe den kleinen Pauli oben drüben stehen. Was hast du? Ich habe den kleinen Pauli drüben stehen. Achso. Siehst du? Ich habe nur den kleinen Pauli hier stehen. Ich habe nur mittelalterliche Bücher hier stehen. Das letzte Mal habe ich da oben auch stehen. Aber gut. Was hast du? Das letzte Mal. Jo, lex mal. Das Geschichtsstudium hat auch seine kindischen Seiten. Was? Echt? Merkt man uns überhaupt nicht an, ne? Und dann zum allerguten Abschluss spielt dann am 26. Dezember wieder das Klima eine Rolle. Oder spielte das Klima eine Rolle? Weil wir sprachen über Klimawandel. Und wie es das Reich der Uiguren beeinflusste. Und wie man Klimatechnologie, wie man Klimadaten rekonstruieren kann und solche Sachen mit Technologie. Ja. Das war in knappen zwei Stunden das Jahr 2021. Ganz schön viel passiert, ne? Mein lieber Mann, ja. Und das war jetzt nur der Inhalt unseres Podcasts. Ja. Und was wir am Anfang schon angesprochen hatten. Wir haben ja jetzt gerade gesehen. Es war so Ende April, dass ich dazu kam. Und dann Mitte des nächsten Monats habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. Und es war dann so, verdammt. Es war so nicht geplant. Nein, nicht verdammt im Sinne, dass es schlimm ist, aber so auf den Podcast bezogen. Weil ich wollte mich ja richtig reinstürzen und richtig, yeah, voll dabei. Hattte ich richtig Bock drauf. Und dann fing ich mit der blöden Folge an und dann wurde es auch noch schwanger. Ja, und dann meinte mein Körper, nö, du hast jetzt die nächsten 18 Jahre erstmal was ganz anderes zu tun. Schön. Ich sag ja, wir sind ein befruchtender Podcast. Ja. Naja, wie gut, dass Multitasking keine Neuheit ist. Du kannst das wenigstens. Wir Männer können das ja nicht. Das ist ein, egal. Lassen wir diesen Mythos. Ja, lassen wir das mit dem Mythos. Das ist kein Mythos. Das ist kein Mythos. Das ist eine Ausrede, aber kein Mythos. Das heißt, wahrscheinlich werden Folgen mit und von mir selten sein, aber hoffentlich wird das so, wie bei Olli, werden das dann auch Perlen. Das hoffe ich zumindest. Im Zweifelsfall hören wir dann das Kind im Hintergrund reinschreien. Aber ich denke, bevor wir jetzt zum Ende kommen, können wir noch ganz kurz Danke sagen. Danke für die Kommentare, auch wenn wir uns jetzt häufiger lustig darüber geäußert haben. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz viele wertvolle Kommentare, schöne Kommentare. Ich weiß, es gab dem Letzten einen Kommentar auf unserem Discord-Server, wo ich immer Mails bekomme. Und dann steht dann der Kommentar drin. Und ich bin aufgesprungen und habe mich richtig gefreut, weil einfach diese Kommentare dann irgendwie den Tag retten. Weil es Kommentare sind, die sagen, dass sie uns gerne hören, dass wir ihr Interesse an Geschichte nochmal geweckt haben oder fördern und so weiter. Das ist das, was uns einfach sehr viel gibt und sehr viel bietet. Weil, ich meine, wir machen es auch, weil wir einfach gerne erzählen und wir miteinander einfach Spaß haben an Geschichte. Und wahrscheinlich würden wir das Ganze auch einfach so in den leeren Älter hinaus bläken. Aber es ist doppelt so schön, wenn dann eben dann so nochmal was zurückkommt und wir einfach sehen, dass wir anderen Menschen etwas geben können. Ja, und wenn wir dann auch hören, dass wir nicht nur Leute nerven mit unserem Geklapper, sondern auch tatsächlich nach einem schweren Tag mal zum Lachen bringen können oder irgendwie einen Weg zur Arbeit versüßen. Das sind tolle Kommentare, die einen wirklich freuen. Ja, also wie Elias gesagt hat, das war schon mehr als ein Tag, wurde dadurch gerettet, dass dann plötzlich in unserem Signal-Chat in unserer Gruppe Elias irgendwie ein Screenshot oder Carol mal ein Screenshot von einem Kommentar gepostet hat. Und dass der, der einem dann das Lächeln so aufs Gesicht gezauert hat, das war schon wirklich, das ist viel wert. Und wenn wir mal nicht antworten, dann heißt das nicht, dass wir das nicht lesen und uns nicht freuen. Also wir haben halt alle Jobs und versuchen halt irgendwie diesen doch halsbrecherischen Veröffentlichungsrhythmus am Laufen zu halten. Was teilweise einfach ist, weil wir immer erzählen wollen, aber nur erzählen reicht halt nicht. Man muss schneiden, man muss Episodenbilder, man muss Episodentexte machen und so weiter. Schön wäre es, wenn es einfach nur das Erzählen wäre. Dann auch nochmal nachlesen und sicherstellen, dass was man da erzählt auch so stimmt. Genau. Also seid euch einfach dessen bewusst. Wir lesen alle Kommentare und freuen uns über jeden, der da kommt. Sei auch ein bisschen kritisch, das ist gar kein Problem. Wir versuchen uns auch zu verbessern und ja, wir sind mal jetzt gespannt, wie der Veröffentlichungsrhythmus im neuen Jahr sein wird, weil, wie gesagt, wir jetzt diesen kleinen Berg abarbeiten werden. Also wie gesagt, weil ich es in der jetzt, glaube ich, heute veröffentlichten Folge sage, also im Stream heute, dass wir jetzt, wir haben es, glaube ich, in einer Woche drei Veröffentlichungen, weil es mittwochs, freitags und sonntags eine Folge kommt, dass wir diesen Berg einfach abarbeiten und dann eben ins neue Jahr starten können mit den Sonntagsfolgen, vier Sonntagsfolgen und dann, wenn es passiert, einer Mittwochsfolge oder keiner Mittwochsfolge und dann nicht jetzt euren Feed so voll ballern mit ganz vielen Folgen, weil, ja, wie wir gerade eben schon mal an manchen Stellen sagen, unsere Folgen auch nicht die allerkürzesten sind. Ähm, ja. Ich habe übrigens gehört von jemandem, der uns, unseren Podcast als Einbruchssicherung nutzt. Ja, ich weiß. War ich voll fasziniert. Wir sagen natürlich nicht, wer und wo und was da zu holen ist. Ich weiß nicht, ob ich das loben soll oder ob wir so schlimm klingen. Ja. Ja, ich war mir auch nicht sicher, also, äh. Wie kann man sich das vorstellen? Wir laufen in Dauerschleife dort. Ja. In der Wohnung, sodass da halt immer Stimmen zu hören sind. Hm. Und dann, wenn halt ein Einbrecher reinkommt und fängt dann an, unseren Podcast zu hören, entweder ist er so fasziniert, dass er dann sitzen bleibt, bis die Besitzer des Hauses zurückkommen und ihn dann eben kaschen können. Oder er denkt sich, the fuck leben hier komische, weirde Leute und gehen wieder. Seitdem ist er nicht mehr eingebrochen worden. Richtig, ja. Ja, ja, ja. Na dann. Und das sind raues Pflaster, wo die da leben. Sehr raues Pflaster. Ein sehr schiefes Pflaster. Ja. Naja, gar nicht. Und. Okay. Nächster Hasskommentar provoziert. Und vielen Dank auch für die ganzen Spenden, die wir dieses Jahr bekommen haben. Es war das erste Jahr, in dem wir nicht für den Podcast selber draufzahlen mussten. Ja. Also, wir haben ja gewisse Kosten, verbunden mit der Webseite einfach. Und ja, das ist das erste Jahr, in dem wir dir nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Wir haben ja jetzt für Viktoria zum Glück mit dem Zell auch einen Unterstützer, der das Mikrofon zum Beispiel zur Verfügung stellen konnte. Aber ja, und wir konnten dieses Jahr auch, so offen und frei sind wir dann, um ein kleines Weihnachtsgeschenk ausbezahlen, sodass sich jeder mal Bücher, die wir bisher eigentlich auch aus eigener Tasche bezahlen mussten. Ein Buch. Günstige Bücher. Ja. Auf dem Flohmarkt bekämen. Auf dem Flohmarkt bekämen. Es war aber toll. Es war wirklich toll. Das Gefühl, dass man nicht nur Spaß damit hat, dass es Leuten Spaß macht, sondern dass man dann auch noch irgendwie tatsächlich am Schluss irgendwie sowas dabei rauskriegt. Das macht es natürlich doppelt geil. Rauskriegen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, wie viele Bücher ich angeschafft habe für den Podcast. Aber... Die Rechnung machen wir besser nicht auf. Genau, aber es ist einfach ein schönes Gefühl dann auch als Wertschätzung. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank von uns. Ich denke, das spreche ich auch in den Namen von den Nicht-Anwesenden und euch wahrscheinlich auch. Ja. Gut. Ich würde sagen, jetzt holen wir den Sekt raus. Mein Gin ist alle. Ich habe keinen Sekt im Haus. Nein, was machst du denn heute? Nix. Schluss machen für jetzt. Ah, okay. Aber es ist doch Silvesterfloh. Ach stimmt, da war ja was, ja genau. Oh wow. Wo bin ich hier? Schwester, Schwester. Nee, nicht wo, wann bin ich hier? Ich bin verwirrt. Wo ist mein Sozi? Gut. Ich würde sagen... Die muss man ja heute sagen. Ich würde sagen, mit dieser Frage von Flo wünschen wir euch allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Mal schauen, was das Jahr 2022 mit sich bringt, wo es uns hin verschlagen wird, welche Themen uns beschäftigen werden, wie es mit der Welt weitergeht. Und was so alles passieren wird. Dann bis nächstes Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund und lasst euch impfen. Okay.